bei pastors mußte ich mir die augenblicke wo ich ein paar seiten schreiben konnte stehlen die letzte eintragung mit blei beim flackernden schein einer groschenkerze ist kaum zu lesen jetzt dagegen hätte ich zeit genug aber ich bin gar nicht mehr darauf gekommen bis ich das buch heute morgen plötzlich hervorkramte und da es ein so langweiliger sonntagnachmittag ist will ich mal wieder schreiben die letzte seite gibt so ganz meine gedanken in jener zeit wieder es war ein mieses jahr im pastorat und damit meine aufzeichnungen einmal vollständig der nachwelt in händen kommen will ich das was seitdem geschah in großen umrissen nachholen wenn ich meine eindrücke meines besserungsjahres resümieren sollte könnte ich nur sagen das was mir so furchtbar bei daubes aufstieß und widerstand und mir das leben dort verekelt war weniger die behandlung die mir persönlich dort widerfuhr als die schandhafte heuchelei und falschheit dieser gesellschaft etwas in mir lehnte sich direkt dagegen auf ich kann so etwas nicht ausstehen frömmigkeit ist schön und gut wenn sie von einem den elementarsten voraussetzungen der ethik entsprechenden wesen und verhalten getragen wird aber das wort gott im munde eines keifenden weibes und eines eifernden zeloten ist widerwärtiger als das kräftigste schimpfwort eines verkommenen proleten auf der gasse ich konnte nicht dagegen an alles in mir war protest und ekel sonst will ich mich nicht einmal beklagen die arbeit hat mir nichts geschadet und satt bin ich immer geworden wenn ich nur nicht plötzlich das krankhafte heimweh nach meinem kind gehabt hätte seitdem das kleine schusterkind gestorben war hatte ich weder rast noch ruhe es war wie eine krankheit ich ging in einem immerwährenden fieber und dachte und wünschte und hoffte und sehnte nichts weiter als doch nur ein einziges mal das kleine süße kindchen wiederzusehen in der zeit besuchte mich tante frieda auf drei tage die pastorin mag schön über mich hergezogen sein denn tante nahm mich stramm ins gebet und sagte sie hätte eine stelle für mich im dietmarschen in einem bauernhaus fünf kinder und nur ein dienstmädchen und das haus läge ganz einsam und es herrschte dort ein ganz streng christliches familienleben ich ließ sie losreden und dachte mein teil es stand gleich fest bei mir daß ich nicht dahin gehe was ich in dem jahr bei daubs an strenge und christlichkeit gehabt habe reicht für mein leben aus ich bin überhaupt so mit güte kann man alles mit und aus mir machen und ich glaube es geht den meisten menschen so güte ist eine waffe gegen die man nicht ankommt strenge dagegen fordert widerspruch und opposition heraus tante frieda ist gewiß ein herzensguter mensch und sie meint es sicher gut mit mir aber ich kann mir nicht helfen sobald sie anfängt mir vorhaltungen zu machen bußpredigten zu halten ist sie mir zuwider herr gott und farmreich ich habe doch wahrhaftig gebüßt erst muß ich wieder etwas ausgefressen und abzubüßen haben ehe ich mich gutwillig einer neuen bußzeit aussetze und unterwerfe ich machte drei kreuze hinter ihr her als sie fort war wir hatten zu der zeit ein dienstmädchen das der pastor aus einer christlichen erziehungsanstalt in hamburg bezogen hatte weil sie sonst nirgends mehr eins kriegten rieke hieß sie und ein racker war sie und ich freute mich daß die dauben jetzt mal hin und wieder richtig ursache zur wut hatte es flutschte dann auch manchmal so daß die rieke meinte ostern und pfingsten kämen auf einen tag ich kam ganz gut mit dem mädel aus sie merkte wohl daß ich in mancher hinsicht eine leidensgefährtin war eines nachmittags als die pastorin in einem nachbardorfe zur visite und die toni mit ihrem schatz in lübeck zum einkaufen war kam ein reicher bauer zum pastor und brachte ihm geld ich weiß nicht wofür ich glaube miete für eine wiese nachher ging der pastor fort gegen sechs uhr komme ich aus dem garten wo ich zu tun hatte und da sehe ich im vorübergehen durchs fenster daß die rieke in der studierstube am schreibtisch steht und geld von der platte nimmt ich natürlich sofort herein und sie zur rede gestellt und sie kriegt einen schreck und zeigt mir das geld zwei zwanzig markstücke die der pastor zu verwahren vergessen hat und bittet mich vom himmel zur erde ich solle sie doch nicht unglücklich machen ich besann mich einen augenblick denn auf einmal war mir heiß ein gedanke durch den kopf geschossen rieke sagte ich ich will ihnen einen vorschlag machen geben sie mir zwanzig mark ab und halten sie den mund nachher will ich die schuld ganz allein auf mich nehmen und der pastor soll überdies die vierzig auf heller und pfennig wieder kriegen aber ich muß fort meinen sie daß der alte noch was weg bleibt rieke lachte und sagte der alte wäre zu seiner liebe herüber der käme noch sobald nicht und war mit allem einverstanden ich kriegte also die zwanzig meter und zog mich schleunigst an und packte etwas wäsche zusammen und stand fort zur nächsten station zum glück ging gerade ein zug nach lübeck und von da hatte ich gleich anschluss nach hamburg gegen zehn uhr kam ich da an natürlich war es dann zu spät noch zu peters zu gehen andererseits hatte ich auch keine lust im hotel zu übernachten weil ich doch mit meinem geld reichen mußte und ich noch nach hannover wollte bis über mitternacht blieb ich im wartesaal des damntor bahnhofs sitzen aber der kellner kam und sagte der wartesaal würde geschlossen und da müßte ich fort zum glück war es eine wunderschöne warme mainacht und die luft tat mir ganz gut ich bummelte ein bißchen über die wallanlagen setzte mich einen augenblick auf eine bank und kehrte dann um und ging über die kolonnaden nach dem jungfernstieg und an der alster entlang die straßen waren sehr still nur hin und wieder rollte ein wagen über den straßendamm und vereinzelte fußgänger hasteten vorüber auf einmal merkte ich daß ein herr hinter mir herging und mir folgte mir war sehr bange ich eilte rasch weiter aber in den alsterarkaden holte er mich ein und redete mich an ob ich denn noch so spät spazieren ginge ich sah ihn an und bemerkte daß er elegant gekleidet war und gut aussah einen zylinder trug und einen langen blonden schnurrbart hatte ich sagte ihm daß ich fremd in hamburg und erst eben mit der bahn angekommen sei und daß ich die zeit bis zum nächsten tag wo ich nach hannover führe totzuschlagen hätte er meinte da würde mir die zeit aber noch lang werden denn es sei noch nicht zwei und ging immer neben mir her und wir waren bald in unterhaltung er hatte etwas sehr nettes angenehmes als er plötzlich mit dem vorschlag herausrückte ich möchte doch mit ihm in seine wohnung kommen und da ein paar stunden verweilen fand ich eigentlich gar nichts darin und willigte gern ein er wohnte in der nähe ecke gänsemarkt und gerlachstraße oder so ähnlich drei treppen und hieß emil reschke wie ich an dem schild vor der tür las ich habe nie so reizend eingerichtete zimmer gesehen wie die drei in die er mich führte alle durcheinander ein herrn und ein speisezimmer und ein schlafzimmer in dem eine rote ampel brannte in allen drei zimmern duftete es nach frischen rosen ich legte meine sachen ab und herr reschke brachte eine flasche sekt und gläser und allerhand kalte sachen hummer und aufschnitt und kuchen und pralinés was ich mir gut schmecken ließ da ich riesig hunger hatte ich saß auf der chaise longue und herr reschke neben mir auf einem stuhl und wir stießen miteinander an und mir wurde immer wohler alle schwere und alles trübe fiel von mir ab und meine seele wurde leicht und frei als ich mich satt gegessen und herr reschke die sachen auf das buffet zurückgestellt hatte setzte er sich auf die chaise longue und legte den arm um meine taille das ließ ich mir gefallen und auch daß er mich küßte aber als er mich plötzlich an sich zog und seine augen dicht vor meinen flimmerten riß ich mich los der rausch war plötzlich verflogen das waren meinerts augen die verhassten die mich anschauten und ich wußte wenn ich blieb verliere ich mich selber und das darf nie wieder vorkommen ich glaube ich bin totenbleich gewesen und gezittert habe ich und konnte nur herausbringen daß ich fort mußte nanu was ist denn los ich will sie doch nicht fressen kindchen sagte herr reschke und redete mir zu daß ich mich widersetzte er sprach sehr gut sehr ruhig und freundlich zu mir so daß ich mich allmählich beruhigte ich faßte wieder vertrauen zu ihm und als er mich bat ihm doch zu erzählen woher ich käme und was mit mir wäre war es mir als ob jemand den schlüssel zu meinem inwendigen umdrehte und die tür sprang auf und alles quoll heraus was drinnen eingeschlossen liegt seit jahren ich erzählte herrn reschke von meiner kindheit und den vorkommnissen in meinem vaterhaus von meinem unglück und alles alles bis auf das gemopste zwanzigmarkstück als ich hrn reschke dann wieder ansah fand ich ihn ganz verändert das unruhige heiße flimmern war aus seinen augen weg und in seinem hübschen frischen gesicht lag nichts als freundlichkeit und teilnahme armes kleines mädchen sagte er mitleidig und strich mir mit der hand über die wange wenn sie schon so viel durchgemacht haben müssen sie aber vorsichtig sein und nie mehr in der nacht in die wohnung eines fremden mannes gehen danken sie gott dass sie in keine schlechteren hände als die meinen fielen ich bin ein lebemann aber keiner von der gemeinen sorte der alles egal ist ein unglückliches kind wie sie noch unglücklicher machen nein das gibt's doch nicht bei dem emil reschke sie sind übrigens viel zu schön um sich so schutzlos überlassen zu sein na nun sind sie mal ruhig es geschieht ihnen nichts legen sie sich hübsch auf die chaise longue und ruhen ein wenig er sprach es und ich legte mich gehorsam nieder und er legte eine decke über mich und ging hinaus und machte die tür fest zu und ich schlief dann bald ein und wachte erst auf als mein gastfreund mich um sechs uhr weckte er hatte schon selbst kaffee gekocht weil seine aufwartung erst um halb acht uhr kam und ich vorher weg sollte als wir gefrühstückt hatten gab er mir eine schachtel pralines und ein zwanzigmarkstück um es dem pastor wieder zu schicken damit ich nicht in diebstahlverdacht käme wie er sagte ich habe mein abenteuer connie liesmann erzählt und sie lachte mich aus und meinte ich solle ihr keine wippchen vormachen und das dümmeren weismachen dass ein mann nachts ein mädchen mit auf seine bude nähme und ihr zwanzig mark schenke für nichts und wieder nichts solche edle menschenfreunde kämen nur in romanen vor aber es ist doch so sonst würde ich es hier nicht niederschreiben denn vor meinem buch habe ich kein geheimnis dieser emil reschke war ein guter mensch gott sei dank daß es noch solche menschen gibt ich trieb mich in den straßen umher bis die läden aufgemacht wurden und kaufte ein püppchen und eine rassel und ein schäfchen aus samt und fuhr dann nach einem spüttel zu peters ich fragte das mädchen das mir die tür aufmachte nach dem konsul und wurde in ein zimmer geführt und nach einer weile kam der alte herr der mich sofort erkannte und etwas verlegen wurde als ich ihm sagte daß ich erika sehen wollte er sagte er wolle mit seiner frau sprechen und ging hinaus und es dauerte lange bis er mit seiner frau einer sehr stolz aussehenden dame in einem hellgrauen samt schlafrock zurückkam sie grüßte mich von oben herab und sagte es solle eigentlich nicht sein aber da das kind noch zu klein sei um etwas zu verstehen wolle sie mich zu ihm führen es sei eben gebadet ich folgte ihr ins andere stockwerk und mein herz klopfte vor aufregung daß ich kaum atmen konnte im kinderzimmer saß es in seinem weißen stühlchen ganz in stickerei und voloncienz wie ein kleiner engel ach gott es gibt ja gar nicht so süßes goldiges entzückendes meer in der welt lange schwarze seidige kraushaare hat's und dunkelblaue augen ich hätt's aufessen mögen vor lauter liebe ich küßte sein gesichtchen seine händchen sein hälschen es sah mich groß an und schlug nach mir und räkelte sich mit den ärmchen nach der frau peters und rief sie sah ganz strahlend und selig und gar nicht mehr stolz aus wie sie mit erika schäkerte ach es war eine himmlisch süße halbe stunde aber leider nur zu kurz frau peters sagte das kindchen müßte nun schlafen da mußte ich natürlich fort ich wurde wieder in das zimmer des consuls geführt und ein mädchen brachte mir pottwein und kaviarbrötchen und konfekt der alte herr redete gütig und freundlich zu mir er sagte ich müsse doch einsehen daß solches sporadisches wiedersehen keinen sinn und zweck habe und die wunde immer nur von neuem aufreiße erika habe es ja so gut und sei ganz wie ihr eigenes kind sie hätten es adoptiert und folglich alle elternrechte und es sei ihre einzige erbin ich solle nur vernünftig sein und mir an diesem wiedersehen genügen lassen ich sei ja noch so sehr jung würde mich eines tages verheiraten und andere kinder haben ich sagte zu allem ja denn meine gedanken waren noch bei dem kleinen herzigen engelchen oben im kinderzimmer schließlich merkte ich daß die audienz beendet war als ich mich verabschiedete drückte herr peters mir etwas in die hand erst draußen sah ich daß es ein blauer hundertmarkschein war mein erster gang war auf die post wo ich den zettel wechselte und vierzig mark an den pastor einzahlte womit dieser zwischenfall erledigt war von der fahrt nach hannover habe ich so gut wie nichts bemerkt ich weinte die ganze zeit das herz war mir schwer vor sehnsucht und traurigkeit seitdem sind monate vergangen aber immer noch drehen sich alle meine gedanken um das kind ich kann mich nicht losreißen von der sehnsucht die mein herz wie mit tausend ranken durchzieht und meine seele mit dem zitternden feierlichen katzenlicht einer aus schmerz und wehmütigem glück gewobenen empfindung erfüllt die tränen die nachts meine kopfkissen netzen gelten nicht dem unglück nicht meiner verlassenheit nein es ist die ungerechtigkeit des schicksals und der menschlichen satzungen die sie mir erpresst ich fühle ich könnte gut werden wenn ich mein kind um mich haben könnte und es groß ziehen dürfte ich weiß es in meiner seele wohnen licht und finsternis dicht nebeneinander sie sind beide nicht mehr wie früher voneinander geschieden und bilden scharfe kontraste sie laufen ineinander und zusammen die schatten drohen den letzten schwachen glanz ehemaligen fröhlichen sonnenscheins auszulöschen aber es würde alles wieder gut und fröhlich in mir wenn ich erikas mutter sein dürfte ich bin doch ihre mutter es streckte die ärmchen nach einer fremden frau aus und ruft sie mutter die fremde hat sich das recht erikas mutter zu sein erkauft sie hat mehr geld als ich und ist eine standesamtlich konzessionierte frau schwamm drüber ich muß vergessen ich will vergessen vielleicht kommt doch noch mal eine zeit wo ich mein recht für mich proklamiere konny liesmann nahm mich sehr freundlich bei sich auf sie bewohnt hier eine hübsche etage von vier zimmern sehr elegant eingerichtet wie überhaupt der ganze haushalt sehr luxuriös zugeschnitten ist der kleine kurt hat eine wörterin und gilt als konnys neffe das ist eine affigkeit über alle maßen denn erstens finde ich es dumm daß sie ihr kind verleugnet und zweitens wissen die leute mit denen sie verkehrt ja doch alle bescheid kürtchen ist ein kräftiges außergewöhnlich entwickeltes kind viel robuster als erika es bereitet mir ein wehmütiges vergnügen mich an seiner pflege zu beteiligen und mit ihm zu spielen dann haben wir noch ein dienstmädchen ich habe nichts weiter zu tun als mit nach dem rechten zu sehen die arbeit drückt mich nicht und alle sind nett zu mir die hierher kommen als ich acht tage hier war kam vater und wollte mich holen er hat furchtbar zugealtert in den letzten jahren ist ganz grau und faltig geworden er erzählte mir dass er mit vielen sorgen zu kämpfen habe die apotheke hat er zurzeit mit wenig anzahlung sehr teuer übernommen und die hypotheken gläubiger fast alle mutters verwandte geben keinen pardon bei den zinstterminen die lene erwartet auch schon wieder was kleines meinert ist noch immer da vater sagt er hätte sich an ihn gewöhnt und er könne sich im geschäft so auf ihn verlassen ich erwiderte nichts darauf ich finde es empörend daß vater den schlechten menschen nicht längst vor die tür gesetzt hat tante frieda hatte vater wahrscheinlich instruiert dass er mich von konny liesmann weg holt weil die auskunft ihr nicht passte aber ich erklärte gleich dass ich nicht mitgehe und mein alter einfluss auf vater übte wieder seine wirkung nach drei tagen zog er unverrichteter sache ab tagebuch einer verlorenen von margarete boehme diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von jesse die ganze schose hier wird von herrn von vosen unterhalten er bezahlt die miete und gibt konny monatlich 350 mark außer den vielen vielen geschenken dann hat er 15.000 mark für kürtchen auf die bank gesetzt für den fall daß er einmal plötzlich stirbt er ist nämlich sehr herzleidend ich finde das alles ja riesig nobel aber konny schimpft wie ein rohrspatz über seine knickrigkeit und manchmal macht sie ihm fürchterliche sehnen lamentiert über verlorenes glück und jammert daß sie wenn er mal die augen schließe mit ihrem kind betteln gehen müsse weil er nicht für sie gesorgt habe in der ersten zeit war ich auch geneigt ihr darin recht zu geben heute denke ich aber doch etwas anders darüber konny ist ihm nämlich nicht treu sie hat eine liebschaft mit einem offizier einem oberleutnant von kronen ein bildhübscher kerl in den sie rasend verliebt ist er kommt aber nie in die wohnung außer wenn herr von vosen mal verreist ist sie sind sehr vorsichtig und treffen sich nur in der staat wo sie sich ein zimmer für stundenweise benutzung gemietet haben ich an ihrer stelle würde doch vosen den laufpass geben meinte ich mal zu ihr und mich nur an den mann halten den ich liebe ich war eben noch ein bißchen dumm naiv sie sagte das wäre noch schöner die taube aus der hand geben für den spatz auf dem dache kronen hätte auch geld aber der braucht was er hat und ein solides verhältnis sei doch reeller als so ein bißchen liebe von der man nicht satt wird und keine seidenen kleider kaufen kann das eine sei gewissermaßen geschäft und das andere pläsir geschäft und liebe ich fange an zu verstehen sabienti satt konny hat nicht viel umgang weil herr von vosen das nicht liebt und die paar freundinnen die sie hat sind alle von einem gewissen odium umgeben da ist eine direktris die auch ein verhältnis mit einem verheirateten mann unterhält eine andere ist schon von drei männern geschieden und lebt jetzt mit dem vierten in wilder ehe die dritte frau anna kindermann war früher schauspielerin natürlich sechsten ranges sie hat ein abenteuerliches leben das drei romanbände füllen würde hinter sich und es ist sehr amüsant ihr zuzuhören wenn sie dies oder jenes kapitel ihrer vergangenheit zum besten gibt ihr letzter mann sie hat glaube ich auch deren drei gehabt war stallmeister in einem wanderzirkus der hat sie verwixt und da ist sie davongelaufen und jetzt ernährt sie sich von massieren das sie gelernt hat sie ist ärztlich geprüft hat wie sie sagt sehr viel zu tun und muß viel geld verdienen denn sie hat auch eine sehr schön eingerichtete wohnung und ist immer großartig elegant gekleidet obgleich sie schon 38 jahre alt ist conny sagt sie sei in wirklichkeit sogar schon 43 sieht sie noch sehr hübsch aus groß und stark und hat langes blondes haar fast noch länger als das von elisabeth war ach gott die arme elisabeth ihr andenken wird nie in meinem herzen verlöschen frau kindermann gibt auch öfters gesellschaft ich war schon häufig mit eingeladen doch in der letzten zeit kam immer etwas dazwischen so daß ich nicht gehen konnte ich hatte auch anfangs nicht viel lust und zudem fehlte mir die toilette dafür an einem trüben regenschweren nachmittag vor etwa vier wochen saß ich allein im wohnzimmer am fenster und blickte während ich an einem röckchen für kürtchen häkelte auf die straße hinaus herr von vosen war bei conny er hatte wieder eine geschäftsreise nach elsa's lothringen vor und redete conny zu daß sie mit ginge er ist nämlich in letzter zeit etwas mißtrauisch und eifersüchtig konny will nicht gerne mitreisen natürlich sie amüsiert sich hier besser ohne ihn und es kam zu einem ordentlichen wortwechsel zwischen ihn ich höre so etwas nicht gern es ist mir immer peinlich und ich sitze dann wie auf nadeln und liefe am liebsten fort unterdessen schellte es ich ging hin um nachzusehen und ließ frau kindermann die draußen stand herein nanu sagte sie die zanken sich wohl was ach nein sagte ich sie sind bloß verschiedener meinung selbstverständlich sagte sie und lachte das kommt in den besten familien vor und was machen sie derweilen kindl ich zeigte ihr meine häkelarbeit und sie setzte sich neben mich ans fenster und wir kamen ins gespräch in dessen verlauf sie mich fragte ob ich mich denn befriedigt von meinem jetzigen leben fühle ich antwortete der wahrheit gemäß dass ich es im vergleich zu dem letzten jahre bei pastors wie im himmel hätte sie meinte ein junges mädchen hat doch mal sehnsucht nach ein bisschen freude und zerstreuung ich konnte nicht leugnen dass ich mir auch manchmal wünschte es käme ein besonderer zufall der eine große veränderung zum guten in mein leben bringe was verstehen sie unter dem guten sagte sie nun glück sagte ich und was verstehen sie unter glück ich zog dir die achseln man muss auch wollen kind fuhr sie fort die gebratenen tauben fliegen einem nicht in den mund wenn sie hier immer in der bude sitzen können sie lange lauern bis das glück zu ihnen kommt sie müssen hinaus gesehen werden sich sehen lassen dann sollen sie mal sehen wie schnell sie ihr glück machen ich habe nichts anzuziehen sagte ich und vater um geld bitten tu ich nicht ich will mir jetzt selbst verdienen was ich gebrauche na für die erste aufmachung werden wir schon sorgen sagte sie gutmütig und das andere findet sich dann nachher von selber auf den kopf gefallen sind sie ja gerade auch nicht sie sollten bei mir sein statt bei conny ich würde was aus ihnen machen die conny fürchtet wohl ein bissel die konkurrenz das aber fällt bei mir fort ich freue mich hübsche junge gesichter um mich zu haben kommen sie doch mal abends zu mir ich versprach es nachher kam conny herein vosen war fort und sie hatte ihm doch zusagen müssen mitzureisen und war sehr ärgerlich und verstimmt deswegen ich tröstete sie und versicherte ihr dass ich kritischen gut versorgen werde worüber sie sich freute nicht wahr conny fräulein thymian kann doch öfters abends zu mir kommen das arme ding verkommt hier sonst ja vereinsamkeit und langeweile sagte die kindermann natürlich selbstverständlich sagte conny zerstreut anderen tag schenkte mir conny ein elegantes kleid von sich und zwei blusen das kleid blass korallenrot hat ihr herr von fosen mal geschenkt worüber sie sehr erbost war da rot doch gar nicht zu ihrem haar passt mir steht es ausgezeichnet frau kindermann schneiderin änderte es für mich es sitzt wie angegossen in der folgenden woche reiste conny mit herrn von fosen ab ein paar abende später schickte frau kindermann ihr dienstmädchen zu mir und ließ mir sagen ich möchte doch ein bißchen rüberkommen es sei besuch da und riesig gemütlich ich zog rasch das neue rote kleid an und ging dann hin sie war anscheinend sehr erfreut daß ich kam in ihrem schlafzimmer wo ich meine jacke ablegte sagte sie sie wolle mir noch das haar ein wenig anders aufstecken ganz modern und als sie die zöpfe aufgesteckt hatte schrie sie ordentlich auf vor staun die pracht jesus mädel so was darf man doch nicht verstecken das ist ja sünde ich sollte durchaus das haar so offen hängen lassen was mich aber genierte da es bei der länge meiner haare sehr liederlich und auffällig aussah zuletzt band sie es mir mit einer weißen schleife zusammen mädel mädel sind sie reizend sagte sie ganz verliebt wenn sie gescheit sind na ich sag nichts wie eine prinzessin müssen sie leben können wie mein nicht na wie wärs so ein paar große brillanten in die niedlichen oerchen und an den fingern ich hab einen ganzen kasten voll schmuck sagte ich mir liegt gar nichts dran oho sagte sie und dann gingen wir ins esszimmer um neun kamen zwei herrenen freunde von frau kindermann beide sehr elegant einer schlank bartlos mit einem monokel und einer dick mit einem schwarzen gestutzten bart und einer krummen nase der erste hieß albert glimm und der andere kirschbaum wir speisten sehr gut zu abend es gab pasteten und bouillon nachher hummermayonnaise dann fasan mit kompott und zuletzt eine glasierte bombe mit gefrorenen sektfrüchten das massieren muss viel geld einbringen daß frau kindermann es so dick haben kann getrunken wurde zunächst rotwein dann sekt und zuletzt porter und sekt frau kindermann spielte beim dessertklavier und sang couplets dazu das heißt sie krähte vielmehr das klang so komisch daß wir alle lachen mußten sie selber lachte mit ich bekam einen richtigen schwips und wurde sehr ausgelassen herr glimm packte mich um und tanzte mit mir durch das zimmer und setzte mich plötzlich mit einem schwung wieder aufs sofa neben am kirschbaum der faßte mich um den hals und wollte mich küssen aber da verstand ich keinen spaß halb beduselt wie ich war nahm ich das sektglas und schüttete es ihm hinten in den hemdkragen worauf er aufprustete und wie ein besessener im zimmer umherlief frau kindermann machte mir nachher einige sanfte vorwürfe und sagte ich hätte das nicht machen dürfen ja warum nicht sagte ich ich ward mich von dem ollen ekligen jut küssen lassen mein stillkind sagte sie der hat moses und die propheten wenn sie den als freund hätten wären sie geborgen der tät ihnen brillanten an die strumpfbänder nähen wenn sie's wollten nicht in die tüte sagte ich außerdem ist er verheiratet ja aber liebes kind was gehen sie denn die privatverhältnisse des herrn an sagte sie na ich danke die scheint mir eine nette tante wenn sie und connie und die zwei andern zusammenkohlen kann man nur davonlaufen ich bin nicht von gestern aber das wird mir manchmal doch ein bissel happig als ich in der nacht nach haus kam konnte ich erst lange nicht einschlafen meine nerven waren zu erregt mein herz pupperte ich hätte noch im bett lachen und schwatzen mögen es ist doch richtig daß man sich mal herausreißt sonst vergisst man ganz daß man jung ist es ist doch schön sich mal ein bißchen aufzurütteln und wie die beiden kerle mich angeguckt haben denen hab ich gefallen ha je wenn ich so toiletten hätte wie connie und die kindermann das heißt nicht nur kleider und hüte nein alles ganz ganz spinnwebfeine wäsche mit spitzen seidene strümpfe rauschende unterröcke in allen regenbogenfarben atlas korsetts und die feinen parfums die einen wie eine zarte diskrete duftwolke umhüllen ich glaube wirklich man kann glücklich sein wenn man so zu leben versteht herr glimm schickte mir einen tag nach dem abend bei frau kindermann ein bouquet und eine einladung zum souper am andern abend ich überlegte stark ob ich annehmen sollte oder ablehnen nachher kam die kindermann und redete zu da schrieb ich denn zu herr glimm holte mich ab wir speisten chambre separée sehr fein und es wurde viel cliquot getrunken nachher wurde er ein bißchen zörtlich was ich mir da es mir nicht übel gefiel gefallen ließ schließlich war ich aber doch froh als die tür aufging und zwei herren herein kamen worauf das getächtlein ende nahm die herren stellte er mir als seine freunde vor sie waren beide sehr höflich und nett nachher kamen noch drei herren unter ihnen herr von kronen conni schatz und nun merkte ich dass es offiziere in zivil waren herr glimm schien etwas ungehalten über die störung aber er konnte sich natürlich nichts merken lassen und dann wurde gepichelt na ich danke die stimmung wurde bald sehr aufgeräumt die herren wollten alle mit mir viel liebchen essen es sollte gleich am abend vollzogen werden ach das war ein gesauf und geanstoße und schließlich haben sie es alle verloren nun soll ich ihnen allen einen wunsch aufschreiben ich war schon halb im tran und schrieb auf all die weißen zettel was ich gerade so dachte ein paar seidene strümpfe ein seidenes korsett einen seidenen unterrock eine flasche parfüm usw nur als die kerle so fürchterlich lachten als sie die zettel lasen wurde ich nüchtern ich werde mich doch nicht auslachen lassen nehmen sie es als scherz meine herren sagte ich ich wollte nur ulk machen sie versicherten alle daß sie es auch nur als scherz aufgefasst hätten und dann ließ ich mich von glimm nach hause begleiten andern tags ging unsere tür wie im posthaus immer wieder erschien ein dienstmann mit einem strauß und einem paket in den paketen waren alle die gewünschten dinge sechs paar strümpfe ein lila seidenes korsett ein seidener chupon ein bon auf sechs paar handschuhe und ein großer karton mit parfüm seifen und puder von rocher und gaier alles hochfeine sachen ich wußte nicht recht ob ich alles behalten oder zurückschicken sollte entschied mich aber fürs erste es hätte ja gansig ausgesehen so kleinstädtisch wie listerhaft schließlich ist es nicht mehr als in ordnung daß sie ihr verlorenes vielliebchen bezahlen und was liegt denen die so viel geld verbumsen an den paar mark ich bin aber sehr froh damit gestern abend als wir nach dem theater gegessen hatten und nach hause gingen wollte herr glimm partout mit hinein ich hustete ihm aber was es gibt solche und sohne sagte frau kindermann sohne bin ich nicht ich bin eine dame und kann verlangen daß man mich als dame behandelt wenn er glaubt dass ich so eine bin die für jedermann da ist hat er sich eklig geschnitten ich habe mir vorgenommen mich jetzt höchstens aus liebe jemand hinzugeben den glimm liebe ich nicht obgleich er ein ganz patentes kerlchen ist ich lass mich nicht überrumpeln ich tu jeden tag eiskalt baden nur damit nicht na schluss ende von abschnitt zwölf abschnitt 13 von tagebuch einer verlorenen von margarete böhmel diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von jessie montag liebes buch sei doch ein mensch ich rede zu dir wie zu niemand auf der welt du bist meine einzige freundin ich habe kein geheimnis vor dir du kennst mich wie ich bin du bist mein beichtvater du nimmst alles still und stumm in dir auf was ich dir sage und ich habe dir schon viel gesagt oh sprich doch mal rate mir doch sage mir was ich tun soll ich bin so irre ich weiß nicht was ich anfange soll ich soll ich nicht rede doch wenn du ja sagen willst plustere mir deine seiten auf sonst bleibe still nein sagst du ach du bist ja nur ein dummes totes buch du hast keine seele warum habe ich eine seele es wäre bequemer ich hätte keine warum muß der mensch überhaupt denken gedanken sind doch so unbequem und überflüssig deshalb ist auch alle moral so unbequem und so dumm und langweilig weil sie aus dem mutterschoß irgendeines gedankens hervorgegangen ist tante frieders briefe lese ich nie zu ende sie irritieren mich durch ihre moralität und grauenhafte langweiligkeit vater schreibt auch nicht mehr so oft sie haben zu hause wieder ein mädchen ich gerate wohl nach gerade in vergessenheit gut ich will auch vergessen dass ich mal ein heim und eine mutter und sogar einen vater hatte ich bin wie ein losgerissenes blatt mit dem der wind spielt das in den schmutz getreten wird und müde weiter torkelt das heißt in wahrheit fühle ich mich durchaus nicht müde eine wilde lebenslust ein heißer hunger nach glück und genuss brennen in meinen adern immer wieder drängt sich mir die frage auf wie sich meine zukunft gestalten wird wenn ich brav bleibe und mich auf dem schmalen wege halte endet dieser schmale weg der irrbarkeit und der wohlanständigkeit todsicher einst in ein kleines stilles altjungfernkämmerlein aller tante frieda na und wenn ich da mal sitze und zurückschaue was hab ich dann gehabt von meinem leben nein das will ich nicht ich habe wieder freude an mir selber ich bin hübsch es macht mir vergnügen vor dem spiegel ein stück meiner kleidung nach dem andern abzuwerfen und mich selbst anzuschauen wie ich bin schneeweiß und tannenschlank und das haar lang und weich wie ein mantel aus schwarzer seide wenn ich mit beiden händen in die schwarze flut greife und sie auseinander breite habe ich schwing ein weißer schwan mit schwarzen flügeln konny ist wieder zurück sie hatte mir viel mitgebracht und sagte sie freute sich dass ich mich amüsiere sie hätte nichts dagegen solange ich ihr nicht ins gehege käme na ich werde doch nicht das wäre doch eine gemeinerei über alle maßen konnys und der kindermann ansichten über das was mich jetzt beschäftigt sind sehr interessant verschieden konny hat zuweilen melancholische anwandlung sie sagt wenn sie die vergangenen jahre ungeschehen machen könnte täte sie es und täte einen jungen mann heiraten wenn es auch nur ein kleiner beamter oder ein handwerker wäre es sei doch ein ganz anderes leben man wäre doch dann ein ganzer mensch und könne sich als mensch geben so sei man weder fisch noch fleisch die männer die einem das geld geben seien schlimmer wie die sklavenhalter sie meinen sie können für ihre paar blaufüchse über einen verfügen wie über einen strohwisch von liebe sei keine rede man sei ihnen nichts anderes wie na leider sei es sehr schwer und fast unmöglich wieder zurückzukehren wenn man das gute leben mal geschmeckt habe so spricht konny frau kindermann suchte mir eine andere auffassung der sachlage beizubringen die harren hätten sich über mich beschwert ich sei ihnen zu kokett ich war sehr erstaunt und mußte lachen über solchen unsinn da wurde sie ordentlich böse natürlich sind sie kokett ganz raffiniert kokett fräulein thymia sagte sie ja wenn ihre jungfernschaft noch ganz intakt wäre und sie noch nichts erlebt hätten da würde ich annehmen sie wären mit einem solchen ballast hoffnungslosester anständigkeit und moralität behaftet dass es tatsächlich für sie am besten wäre sie heirateten einen postsekretär brächten sechs kinder zur welt kochten und stopften und ließen sich nachher vom pastor eine schöne leichenpredigt halten hier wird eine brave kloßköchin und saugmume begraben aber sie ein schönes weib das seinen roman bereits hinter sich hat klug und gebildet wie sie sind temperamentvoll und in der liebe nicht unerfahren nein nein sagen sie nichts sie sind erkannt ist ja ganz schön und richtig aber sie übertreiben es meine liebe sie schießen über das ziel hinaus einmal lassen die herren es sich gefallen dass sie ihnen einheizen und dann abschnappen ein zweites mal vielleicht auch noch aber das dritte mal bedanken sie sich es gibt mehr hübsche mädel auf der welt lieber himmel mir kann's ja egal sein aber sie dauern mich ich an ihrer stelle langte zu man ist wirklich nur einmal jung nachher wenn sie mal alt sind und sie keiner mehr mag tut's ihnen leid dass sie so dumm waren ja sagte ich das ist alles ganz gut frau kindermann ich will mich auch gar nicht besser machen als ich bin aber ich hab zu viel durchgemacht ich mag nicht mehr leichtsinnig sein wenn mir schlechte gedanken kommen und wünsche brauche ich mich nur an die stunde zu erinnern wie ich an der schleuse stand und mich ertränken wollte dann zieht alles vorüber aha sagte sie und pfiff da liegt das häschen im pfeffer sie haben angst nun wenn's weiter nichts ist mein schäfchen da sind sie man stille wofür wäre dann die kindermann ärztlich geprüfte masseuse wenn sie nicht mit solchen kleinigkeiten umzuspringen wüßte das ist ein griff und tut nicht mal so weh als wenn ihnen der barbier einen zahn ausreißt da haben sie man keine bange nicht nur vertrauen kindchen ach gott es ist nicht das allein frau kindermann sagte ich traurig nein sagte sie ich kann mir's denken in ihnen steckt noch ein teil philistermoral und sie können sich noch nicht ganz mit der freien anschauung die in unseren kreisen herrscht abfinden sie sind nicht hochmütig aber ganz heimlich denken sie doch sie sind etwas besseres als jede beliebige aber das nützt ihnen alles nichts mehr mein herzchen sie haben ein kind und die bürgerliche gesellschaft will nichts mehr von ihnen wissen für die sind sie doch verloren da können sie machen was sie wollen für voll werden sie nicht mehr genommen und wenn sie wirklich noch mal hereinkommen leben sie doch immer in angst das was herauskommt und wird immer ein hängen und wirken zwischen tür und angel sein deshalb kommen sie lieber zu uns bei uns braucht man sich nicht zu genieren und kann jeder nach seiner façon selig werden bei uns fragt niemand woher der fahrt wes nam und art wir freuen uns unsres lebens tun recht und scheuen niemand und nun überlegen sie es sich mal ob sie den armen glimm in zukunft besser behandeln wollen der arme kerl kann einem leid tun er grämt sich ordentlich so sprach frau kindermann und ich denke oft darüber nach ihre worte enthalten viel wahrheit daß ich für die bürgerliche gesellschaft tot bin ist mir bei daubs oft genug plausibel gemacht worden meine nähe könnte unschuldige junge mädchen verführen keine anständige frau will was mit so einer zu tun haben na und dann was soll ich denn mit mir anfangen da bleibt mir schlechterdings nichts anderes übrig als meine auferstehung in einer anderen welt zu feiern ich durchschaue alles was für eines geistes kind frau kindermann ist weiß ich längst sie hat selbst massiert solange es ging und sieht sich nun nach anderen erwerbszweigen um das ist mir alles aber höchst gleichgültig sie plant eine umsiedlung nach hamburg wo sie einen salon begründen will sie hätte dort viele verbindungen sagt sie und ihre freunde in hannover wollen dann zweimal im monat zu einem gesellschaftsabend herüberkommen ich bin beinahe vierzehn tage noch nicht vor die tür gekommen glimm will erst wieder mit mir ausgehen wenn ich vernünftig geworden bin dann schenkt er mir eine chiffon toilette und einen brillantring nun weiß ich nicht etwas in mir lehnt sich auf ich möchte nicht so eine sein die von den herrn mit verachtung behandelt wird glimm ist immer sehr ehrerbietig gegen mich er liebt mich sagt er dass er nicht heiratet ist prinzipiensache bei ihm sagt er ich möchte mal gerne wieder abends fort sekt trinken und lustig sein und alle überflüssigen gedanken abschütteln diese gedanken sitzen wie ein schwarzes ungeheuer mit hundert köpfen und glühenden augen und fletschenden zähnen auf meiner brust und schlagen ihre krallen in meine seele geliebtes buch ich möchte wissen ich bin ich bin verrückt leider sind gerade hier wo sich die seelischen konflikte der schreiberin zu einer krise verdichten eine größere anzahl blätter aus dem buche herausgeschnitten mir haben diese sorgfältig herausgeschnittenen seiten oft zu denken gegeben ihr die später alle auch die schimpflichsten und unwesentlichsten daten ihres armen verpfuschten daseins in diesem buche fixierte die sich immer aber eine gewisse sensibilität des empfindens bewahrte mag die erinnerung an jene zeit wo sie mit zagendem fuß die letzte schwankende brücke zwischen zwei welten überschritt besonders peinvoll gewesen sein sonst wüßte ich keine erklärung dafür leider entsteht durch das fehlen der seiten eine lücke in den aufzeichnungen obgleich ich gerade in der zeit die verfasserin öfter sprach und sah weiß ich nur weniges zu ergänzen die sie aus erklärlichen gründen in den mitteilungen über ihr leben und ihre bekannten eine große zurückhaltung beobachtete psychologisch merkwürdig mag immerhin die tatsache sein daß sie in der zeit von einem wirklichen bildungshunger ergriffen schien sie erzählte mir einmal daß sie jeden überschüssigen taler in wissenschaft umsetzte sie vervollkommnete sich während ihres zweijährigen aufenthaltes in hamburg wo sie als gesellschafterin respektive pensionärin der frau kindermann fungierte im französischen und englischen lernte russisch und italienisch und nahm unterricht in verschiedenen wissenschaftlichen fächern auf ihrem schreibtische lagen stöße von wissenschaftlichen und philosophischen werken ich entsinne mich daß sie mich als ich sie einmal besuchte auf einen band carlyle aufmerksam machte sie wußte ganze kapitel dieses auszugswerks wörtlich auswendig aus späteren mündlichen mitteilungen habe ich erfahren daß die frau liesmann zur zeit in heringsdorf einen schwedischen hotelier kennenlernte ihm mit ihrem kinde nach upsala folgte und sich dort mit ihm verheiratete trotz der obskuren vergangenheit dieser dame soll die von einer reihe von kindern gesegnete ehe überaus glücklich geworden sein unmittelbar nach der abreise der liesmann ist thymian dann jedenfalls zu der kindermann übergesiedelt zwischen der letzten und der nun folgenden eintragung liegt ein vollständiger bruch der verfasserin mit den ihren genaueres und bestimmtes weiß ich auch darüber nicht ich nehme an daß die verwandten mütterlicherseits darauf bestanden daß thymian von der kindermann weg und wieder in eine bessere familie komme da sie mittlerweile aber majorenn geworden war hatte die familie zumal sie viel wohl den öffentlichen skandal scheute offenbar nichts ausgerichtet auch zwischen thymian und ihrem vater scheint von da an eine entfremdung eingetreten zu sein anmerkung des herausgebers ich hatte heute wieder mal krakel mit der kindermann wegen einer flasche la rose die sie mir in die rechnung geschmuggelt hatte es ist einfach unerhört mit dem weib ich dachte mit 15 mark pension täglich könnte sie sich genügen lassen ich soll die flasche la rose am abend des 22 januar bekommen haben ludwig wäre da gewesen zufällig konnte ich ihr beweisen dass das eine unverschämte lüge ist am zweiundzwanzigsten dinierten wir im wintergarten des hamburgerhofs und gingen von da ins thalia theater im vestibül entdeckte ludwig seine mutter und da er riesig respekt vor ihr hat drückte er sich und ich ging allein in die loge mir ist dieser abend deshalb erinnerlich weil ich in dem theater eine neue bekanntschaft machte der herr saß in der prosceniumsloge und starrte mich fortwährend an sah ausnehmend vornehm aus so daß ich mir einbildete es sei ein indischer rajah oder so etwas guts nachher stellte es sich heraus daß es ein krefelder seidenwarenfabrikant war und sich schulze schrieb gleichwohl hat er ein hübsches stück geld bei uns gelassen dieses weib immer möchte sie es durchblicken lassen als ob ich ihr etwas zu verdanken hätte diese dabei hat ludwig erst letzten ersten die miete bezahlt um ihrer schönen augen willen hat er das nicht getan darauf kann sie's abendmal nehmen ich war so in rage daß ich ihr ein buch an den kopf pfefferte und ihr zuschrie ich täte mich nächstens allein einmieten da wurde sie höhnisch und meinte da säße ich bald in der schwiegergasse fußnote bordellengasse ende der fußnote sie wäre diejenige welche und so weiter es geht verdammt langsam mit dem sparen zu meinem geburtstag wollte ludwig mir eine brosche bei schlesinger kaufen ich bat ihn mir dafür das geld zu geben er drückte sich erst ich merkte es ihm an es war ihm peinlich das olle schaf meine rechnungen bei meinke und der putzmacherin oder meine monatsrechnung bezahlt er ohne eine miene zu verziehen aber bares geld na ich versteh's ja wenn ich mir das gefühl vergegenwärtige mit dem ich zum ersten male geld annahm vor einem jahr als mir das messer an der kehle saß schwamm drüber nie mehr daran rühren immerhin ist es ein verfluchtes gefühl von jemand überschätzt zu werden ludwig sieht aber immer noch die dame in mir was mir nach einer seite hin wohltuend nach anderer unbequem ist auf meine bitte gab er mir dann ein bankbüchelchen des norddeutschen über 500 mark wenn nur die toilette und die tausend und zehn kleinigkeiten des drum und dran nicht so viel verschlengen manchmal bin ich ganz mutlos es ist doch ein dummes leben aber was haben andere denn auch nichts berühmtes annie meyer lässt sich von ihrem manne scheiden und sitzt mit ihren zwei kleinen würmern zu haus bei ihren eltern dabei kann doch nicht von einer übereilten heirat die rede sein wo sie sich doch schon auf der schulbank verlobte und ihn von kind an kennt er soll sie nach noten verwichst haben sonderbar ich hatte boy immer für einen ganz guten kerl gehalten lina schütt wohnt hier in der ferdinandstraße sie hat einen buchhalter geheiratet der wegen mein eid zu anderthalb jahr zuchthaus verurteilt ist und nun seine strafe absitzt lina vermietet zimmer und es geht ihr elend ich traf sie mal auf der lombarbrücke und redete sie an aber sie tat so komisch und von oben herab dass ich mir gleich dachte was der im genick steckt ich musste lachen und ärgerte mich doch wie geht's dir lina sagte ich schlecht sagte sie giftig für eine anständige frau ist es sehr schwer sich ehrlich durch zu schlagen seidene unterröcke und federhüte verdient man sich nicht beim abvermieten aber ich wollte doch lieber verhungern als ein tipfelchen von meiner ehre preiszugeben im augenblick kochte es in mir auf und ich hätte ihr gleich ein paar passende wörter gesagt aber ich besann mich daß es nicht der mühe wert ist sich mit solch einer ganz auseinanderzusetzen ich erzählte es grete nachher sie lachte darüber und sagte man kann von einem hammel nicht mehr verlangen als fleisch und wolle und sie hat recht am freitag kam ostdorf an fußnote soviel ich weiß wurde ostdorf nachdem die bemühungen seiner familie ihn für eine berufliche tätigkeit tauglich zu machen sämtlich an seiner stupidität und faulheit gescheitert waren auf seinen wunsch mit dem nötigen gelde versehen und nach amerika geschickt thymian muss bis dahin immer brieflich mit ihm in kontakt geblieben sein anmerkung des herausgebers ende der fußnote am freitag kam ostdorf an gott ist der kerl in den vier jahren auseinandergegangen mir kommt so vor als ob er noch gewachsen wäre unwillkürlich fiel mir der reim vom riesen goliath ein er hatte knochen wie ein gaul und eine freche stirn und ein entsetzlich großes maul und nur ein kleines hirn das heißt eine freche stirn trifft nicht zu frech ist kasimirchen keineswegs großschneuzig dagegen über alle maßen noch immer der mann mit den zwei effen gott wird dem in amerika moores gelehrt werden ich seh ihn schon im geiste an den straßenecken stehen und stiefel wichsen bei alledem dauert er mich ich hab ihn gern es ist eine alte anhänglichkeit ich hab ja auch sonst niemand ich schenkte ihm 50 mark und brachte ihn nach bremerhaven an bord es war mir als ob ein stück meiner jugend mit ihm fort ging als der dampfer abfuhr kamen mir tränen in die augen ich bekam lust auch auszuwandern aber nachher besann ich mich es nützt nichts dass man den ozean zwischen sich und die vergangenheit legt der inwendige mensch geht einem doch überall hin nach und es wird überall mit wasser gekocht in hamburg und in new york als ich zurückkam machte ludwig mir eine eifersuchtszene das gute schaf es gelang mir ihn zu beruhigen behrend ist wieder nett gerupft ich traue dem kalkhof nicht der kerl sieht aus wie ein hochstapler ich sagte es der k neulich sie lachte mich aus sie soll nur zusehen daß sie sich nicht die nase verbrennt wenn's rauskäme daß hier bei uns bolten geschlagen würden wäre die ganze kiste verbummfeit der edle von kosmos betrug sich neulich sehr frech gegen mich ich gab ihm eine ohrfeuge und einen tritt anrüpeln lasse ich mich nicht am andern tage kam er d und wehmütig und tat abbitte komisch daß die völker alle so verrückt nach mir sind vierzehnter märz ich weiß nicht was es ist daß das mädchen nicht mehr mit dem kind in den zoologischen kommt letzten freitag hatte ich keine zeit hinzugehen dann war ich fünf tage hintereinander da und wartete vergebens ich fürchte erika ist krank ich bin in großer unruhe und ginge am liebsten hin wenn ich nicht fürchten müßte daß sie mich hinausschmeißen gestern ging ich viermal bei peters vorüber sah aber niemand mich wandelte schon oft die lust an das dingchen zu entführen aber wohin damit ach es ist doch ein armes bisschen leben so gar nichts sicheres 22. märz gestern litt es mich nicht länger ich war bei peters und hatte den empfang den ich voraussetzen konnte das mädchen hatte mich kaum in den salon hereingelassen als die gnädige gefolgt vom gemahl hereinrauschte und mich puterrot anschnauzte es sei eine unerhörte frechheit von mir mich wieder und wieder an das kind heranzudrängen und wenn es noch einmal vorkomme würde sie die polizei zu hilfe rufen diesmal aber hielt ich auch nicht den mund und setzte gleich das deckelchen auf den anranzer ja sagte ich das ist ja lieblich was habe ich dem kind getan was die einmischung der polizei nötig machte ich kriegte wieder das nervenschütteln am liebsten hätte ich die person geohrfeigt der alte konsul suchte etwas einzulenken meine frau meint das ja nicht wörtlich aber tatsächlich haben wir ursache uns ganz energisch ihre fortgesetzten behelligungen zu verbitten sie hatten die stirn sich von dem kind mutter nennen zu lassen in gegenwart des fräuleins das kind ist nicht mehr so klein daß dergleichen eindrücke ganz spurlos an ihm vorüber gehen etwas bleibt haften sie müssen doch einsehen dass das unmöglich so weiter gehen kann gar nicht sehe ich ein rief ich ich habe auch rechte an das kind das ich zur welt gebracht habe menschenrechte mutterrechte die mir kein teufel streitig machen kann ich will mein kind zeitweilig sehen ich will es frau peters rief ich sei eine unverschämte person und ich solle sofort das haus verlassen aber der alte konsul sagte geh agnes laß mich nur allein mit dem fräulein reden sie wird schon vernunft annehmen und als sie hinaus war faßte er mich am arm und sagte wissen sie mein kind wenn sie uns weiter durch ihre merkwürdigen ansprüche belästigen werde ich dem herrn polizeikommissar mal einen wink geben sich mal ein bißchen mit ihnen zu befassen und sie und ihre lebensführung mal ein weilchen in observation zu nehmen ihr vater schrieb mir daß er nichts von ihnen wüßte und daß sie zu seinem herzeleid alle seine guten warnungen und ratschläge unbeachtet ließen ihr ganzes auftreten spricht aber dafür daß ihnen große mittel zur verfügung stehen woher sie diese mittel nehmen ist nicht meine sache und interessiert mich auch nicht aber es ist ihnen wohl bekannt daß unsere polizei keinen spaß in solchen dingen versteht ich glaube deshalb daß ihnen eine observation von kompetenter seite nicht angenehm sein dürfte ich wollte etwas entgegnen und konnte nicht ich war wie vor den kopf geschlagen und dunkelrot ich schämte mich entsetzlich vor dem alten mann und das ende vom liede war das ich wie ein geprügelter hund fortschlich nachdem ich ihm fest versprochen hatte mich in zukunft nicht mehr um erika zu kümmern was ich natürlich nicht halte draußen rannte ich so rasch ich konnte durch die straßen mir war hunde miserabel zumute ich trug an der demütigung wie an einer schweren last die mir die schultern ordentlich herunterdrückte ich weiß nicht wie mir war das rauschen meiner unterrücke das ich sonst so gern hörte fiel mir auf die nerven ich lief und lief als müßte ich dem schimpf entfliehen oh es ist ein armes leben ein armes leben gestern abend war großer klimbim sämtliche chambres separés waren besetzt ich soff mich bis zur besinnungslosigkeit vollsägt und habe heute meinen kater im blauen salon machten sie paradies ich war nicht mit dabei es stößt mich ab übrigens sind ein paar ehrbare kaufmannsfrauen von st pauli darunter feine damen haben wir mehrere dabei das ist ja auch kein wunder wenn man so in den tag hineinlebt gut isst und trinkt keine sorgen und viel geld und langeweile hat kann man wohl auf absonderliche einfälle zur auffrischung der ermüdeten nerven kommen aber diese philisterweiber sollten doch füglich an ihren kochtöpfen und ihren männern genug haben ich war so benebelt daß ich mir das teure spitzenkleid in fetzen vom leib riß anstatt es aufzuhaken nun ist es hin ich habe es meiner waschfrau für ihre tochter die ans variet will geschenkt kosmos der bei mir war soll mir dafür ein neues kaufen ende von abschnitt 14 abschnitt 15 von tagebuch einer verlorenen von margarete böhm ich war diesen sommer zuerst drei wochen mit kosmos in ilsenburg das heißt ich wohnte für mich und schrieb mich als frau gotteball aus hamburg ins fremden buch das war mir schon ludwigs wegen lieb das gute tier ist so dämlich verliebt und so arg eifersüchtig er besuchte mich immer sonntags und richtete es so ein daß er samstagabend kam und sonntagabend nach harzburg wo er mit seiner frau wohnte zurückfuhr um dieselbe zeit war kosmos in hannover im brockenhotel trafen wir einmal mit ludwig und seiner frau die ich bei dieser gelegenheit zum erstenmal sah zusammen ein kleines schmächtiges zartes weibchen offenbar hochgradig bleichsüchtig schmalbrüstig und blass sie saßen mir an der table dothée gegenüber und ich musste sie immerfort ansehen sie tat mir leid ich weiß eigentlich nicht weshalb denn unter mir hat sie nichts zu leiden ludwig ist ein viel zu taktvoller feinfühliger mensch als daß er sein frauchen jemals den mangel an liebe merken lassen würde ach lieber himmel eher hätte ich sie zu beneiden und die paar tausende die ludwig mir opfert wird sie die im überfluß lebt und der kein wunsch versagt bleibt nicht gewahr sie hat noch eltern eine heimat und um sie herum ist nicht das widerwärtige gezücht der gedankenschlangen die sich solange nicht ein narkotisierender sinnentaumel mich rettet an mir emporringeln mich umzingeln und umschnüren so daß mir oft der atem ausgeht ich darf nicht nachdenken wenn ich denke ist es fürchterlich ludwig verschlang mich fast mit seinen blicken nachher ging ich eine strecke allein über das plateau ringsumher standen und lagen und wanderten gruppen von fröhlichen schwatzenden satten und zufriedenen menschen die luft war hell durchsichtig und klar warm und doch frisch ein sonntag wie man sich ihn nur wünschen kann aber mir war wehmütig ums herz ich kenne viele menschen und viele männer die alle nach meiner gunst trachten und sich diese gunst eine menge geld kosten lassen und ich bin in wirklichkeit doch so verlassen ich stehe mitten in der welt das leben kreist im tollen wirbelreigen um mich herum und doch denke ich manchmal ich wäre allein auf einer einsamen insel mitten im ozean wie ich stillstand und in die luft starrte kam ludwig plötzlich dahergerannt er hatte ein sträußchen brockenmürte die nur an besonderen stellen zu finden sein soll gepflückt und brachte es mir ich teilte das sträußchen und gab ihm die hälfte für seine frau zurück die wird sich auch freuen wenn sie sieht dass du für sie gesucht hast sagte ich ich habe mir übrigens nicht gedacht dass du ein so niedliches frauchen hast ludwig sie ist nicht die spur hübsch sagte er dabei ist sie launenhaft und verzogen und grässlich eigensinnig sie ist noch sehr jung ludwig sagte ich nicht jünger als du auch thymian ja sie ist jünger viel jünger sagte ich sie ist noch ein kind an gemüt und erfahrung das sieht man ihr an aus solcher frau kann ein mann machen was er will wenn sie nach zehn jahren ein zänkisches verbittertes kleinliches hässliches weib ist hast du es aus ihr gemacht aber wenn sie dann eine hübsche liebenswürdige anmutige freundliche frau ist wird das auch dein werk sein ludwig ein mann soll seine frau glücklich machen das ist gewiß nicht immer leicht aber frauen wie die deine sind leicht zu beglücken ihnen soll nur die bestimmte überzeugung daß sie geliebt werden beigebracht werden du sprichst wie ein buch thymian sagte ludwig aber wie kann man seiner frau eine überzeugung beibringen die auf einem irrtum ja auf einer lüge beruht ich liebe nur eine frau dich thymian eine fromme lüge ist keine sünde ludwig sagte ich wenn nicht anders kannst du sie immer lieben als ein kind das dir anvertraut wurde sei lieb zu ihr wenn du es sie jemals fühlen ließest dass du eine andere mehr liebst als sie und ich erführe es wären wir geschiedene leute er küßte meine hand und erwiderte nichts darauf aber anderen tag schrieb er mir einen stürmischen liebesbrief und beschwor mich mit ihm auf einige wochen nach ostende zu gehen seine frau reist mit ihren eltern nach franzensbad ich hatte keinen grund abzulehnen anfang august reisten wir ab und kam vorige woche wieder es war eine hübsche zeit eigentlich ist es sonderbar was ein mensch aus dem andern machen kann und welchen intensiven einfluss die ausgeprägten wesenszüge und charaktereigenheiten eines individuums auf ein anderes das mit ihm in stetem und engem kontakt steht ausübt ich hätte hinter ludwigs rücken mehrere sehr vornehme und interessante bekanntschaften machen können aber ich brachte es schlechterdings nicht fertig ludwig zu betrügen wenn ludwig ein egoistischer auf hausmannsart aus gut und böse gemischter mensch wäre wie die meisten oder wenn ich überzeugt wäre dass ihn nur eine rein sinnliche lust zu mir hin zieht hätte ich mir wahrlich nichts darüber einfallen lassen heimlich meinen schnitt zu machen er ist aber so gut so selbstlos dass es eine wirkliche gemeinheit gewesen wäre diesen arglosen vertrauensseligen menschen gerade dort zu betrügen und gott sei dank gemein bin ich nicht was ich mit mir anfange und wie ich mein leben einrichte geht keinen menschen was an aber eine gemeine handlungsweise kann mir bis jetzt noch niemand nachsagen nach meiner ansicht wäre das leben vollkommener und den höchsten zielen der ethik näher gerückt wenn die menschen einander nicht so viel gesetze vorschrieben und einander nicht immer maßregelnd und unduldsam gegenseitig in ihre sachen und angelegenheiten hineinguckten und redeten es soll sich doch jeder seinen lebensgarten anlegen und bestellen wie er lust hat ob mein nächster sich in seinem reich nun eine plantage nützlicher küchenkräuter und gemüse anlegt oder ob er rosen darin baut oder ob es ihm vergnügen macht sich giftblumen zu ziehen und sich an ihren düften zu betäuben das kann mir doch gottlieb schulze sein solange er mir nicht zu nahe kommt wenn er nur hübsch in seinem bereich bleibt mir kein gemüse stiehlt keine rosen maust wenn der duft seiner giftblumen mich nicht belästigt wenn er nicht über den zaun steigt und vandalisch meine anlagen ruiniert soll mir doch gleich sein was er macht gemein ist man nach meiner meinung nur wenn man durch seine handlungsweise einen anderen absichtlich oder gar mit freude verletzt und zu schaden sucht oder wenn man ein dargebrachtes vertrauen gröblich täuscht oder missbraucht ludwigs anhimmelnde liebe wirkt hypnotisierend ein eigenes fluidum geht von ihm aus und wirkt in mir nach ich liebe ihn nicht mit der richtigen weibesliebe einer solchen bin ich glaube ich überhaupt nicht fähig eher möchte ich behaupten daß eine art mütterlicher zärtlichkeit mich zu dem zehn jahre älteren mann hinzieht seine güte und seine liebe ziehen wie ein warmer reiner luftstrom durch meine arme müde seele und lösen das gute und unberührte darin aus aber gerade darum fühle ich dass in dem verkehr mit ludwig eine gefahr für mich liegt die ich nicht unterschätzen darf denn wenn ich plötzlich anfinge mit anderen augen als bisher ins leben zu sehen wäre es aus mit mir und ich könnte mich nur davon machen deshalb bin ich recht zufrieden daß ich nun wieder hier bin und hamburger luft atme ich schlage drei kreuze über die guten geister und jage sie hinaus siebter mai 1893 von den vergangenen monaten ist vieles nachzuholen ich hatte ja der kindermann immer prophezeit daß die sache mal schief geht ich dachte aber damals daß sie an einem schönen donnerstag unsere tempel konfiszieren würden und es dann zu einem großen krawall käme besonders wenn es sich herausstellte daß die geschichte an sich nicht koscher wäre daß sie sich mit den salons und separés hereinreiten würde hatte ich nicht erwartet die völker wurden aber auch zu frech was da für koschernerien vorgefallen sein mögen mag der himmel wissen ich habe mich auf diesen geschäftszweig der kindermann nie eingelassen die sache war aber im handumdrehen im flor und hat der alten offenbar ein tüchtiges stück geld eingebracht was für herren und was für damen da zu uns gekommen sind es ist unglaublich also die polizei war da aufmerksam gemacht und eines abends hatte ein paar vergessen die rouleaux herabzulassen und da haben die nachbarn aus dem hinterhaus alles beobachtet und andern tags hatten wir die bescherung glücklicherweise bekam die k gleich am frühen morgen einen wink von dem kleinen ell der ja über alles was auf der polizei vorgeht au fait ist und konnte ihre sache noch rasch sie hätte zur not auch ausrücken können aber sie wollte das nicht lieber sagt sie sitzt sie ein jahr ab und ist dann nachher wieder herr über sich selber dagegen riet sie mir schleunigst zu packen und abzureißen sie war ganz rührselig ich schwöre darauf daß sie mit der ganzen geschichte nichts zu tun haben und von nichts wissen sagte sie ich habe sie immer wie eine tochter geliebt hochbringen habe ich sie wollen und da wäre es ja noch schöner wenn ich sie jetzt ins unglück brächte freilich müssen sie wenn man sie doch erwischt und als zeugin vorführt dann auch schwören daß sie von nichts was wissen falsch schwören möchte ich nun doch nicht gerade sagte ich ach was sagte sie verächtlich was heißt falsch schwören wenn sie an gott und die lieben engel und das schöne paradies glauben dürfen sie freilich nichts unrichtiges beschwören aber das paradies ist doch kein asyl für unser eins und da wir so wie so schon nicht hereingelassen werden kommt's auf eine handvoll mehr oder weniger nicht an was ist so ein schwur denn anders als ein ehrenwort ich kann ihnen sagen wenn ich heute für jedes ehrenwort das an jedem tage in der welt gebrochen wird nur einen groschen bekäme morgen tät ich vierspännig über den jungfernstieg fahren dann gab sie mir allerhand gute ratschläge für die nächste zukunft ich sollte nach berlin fahren und mich dort an ihre freundin die zimmer abvermietet auch eine leipzigerin wenden sie gab mir die adresse und einen brief und half mir beim packen es ging hopp hopp haste nicht gesehen um zwei uhr fuhr ich mit einer gepäckdroschke ab und um drei uhr hat die polizei das haus geschlossen und die k in verschütt genommen ich fuhr zunächst nach dem berliner bahnhof deponierte dort meine großen gepäckstücke und fuhr mit ein paar kleineren nach frau adler in der langen reihe ich bat sie mich ein paar tage bei sich zu behalten was sie gern tat ich war für den tag so müde und zerschlagen dass ich mir nichts vornehmen konnte anderen tag schrieb ich an ludwig und ließ ihn herkommen er kam sofort und war sehr alteriert über die sensationsaffäre die die abend und morgenzeitungen gebracht hatten und konnte sich gar nicht darüber beruhigen daß ich ahnungslos in diesem höllenpfuhl gewohnt hatte dann umschlang er mich mit beiden armen und zog mich auf seinen schoß und sagte mir daß er es nicht länger mit ansehen könne wie ich heimatlos und verlassen umherirrte er würde sich von seiner frau scheiden lassen und mich heiraten am morgen hätte es ihr bereits gesagt und es hätte eine schwere szene gegeben und nun sei sie fort zu ihren eltern und er wollte noch am selben abend zum rechtsanwalt und die einleitenden schritte tun ich erwiderte zunächst gar nichts vor meinen augen baute sich etwas verlockend schönes auf ich sah in eine zukunft voll ruhigen friedens in der alles was jetzt schein ist in wahrheit und wirklichkeit sich verdichtete ich hatte ja das leben so satt und es war ein süßer gedanke fortan wieder ruhig dahin leben zu können besorgt und behütet von einer treuen zärtlichen seele die an mich wie an ein evangelium glaubte aber diese regung zog vorüber und mir ward wieder bewusst dass die brücken hinter mir abgebrochen und die schiffe verbrannt sind da ging etwas anderes durch mich hin der vorsatz eine gute tat zu tun ludwig alles zu sagen und ihn wieder mit seiner kleinen frau zu versöhnen woher ich den mut zu meiner beichte nahm begreife ich heute noch nicht es ging erst langsam und stockend und wurde dann immer fließender und es kam entsetzlich trocken und brutal heraus meine ganze lebensgeschichte ohne schmeichelnde übermalung ich sagte ihm alles er wurde weiß wie die gestarkte tischserviette und dann grün und gelb und man sah es ihm an daß er nur mit not und mühe nach atem und worten schnappte das ist ja alles nicht wahr sagte er ist alles phantasie thymian das kann gar nicht wahr sein doch ist es wahr sagte ich ich habe schon vielen männern angehört allen die mich wollten und die genügend kleingeld hatten um sich den luxus mich zu lieben gestatten zu können da sprang er auf packte mich am arm und schleuderte mich mit einer kraft die ich ihm gar nicht zugetraut hatte von sich dass ich hinfiel und raste wie ein wahnsinniger durch das zimmer riss in seinem paroxismus das fenster auf und schleuderte die blumenstöcke herunter dass ein großes geschrei unter den kindern die auf dem hofe spielten entstand und riß die bilder von den wänden und die nippes vom vertikow und warf damit nach mir und stieß mich mit füßen und spie nach mir und schrie zwischendurch allerhand sätze dieses geschöpf habe ich geliebt um solcher kreatur willen habe ich meine frau fortgejagt hätte ich nahezu mit meiner gesamten familie gebrochen wie eine heilige habe ich sie verehrt und ist eine dirne eine gemeine ich sah still auf dem sofa und ließ ihn toben denn je toller er sich gebärdete desto ruhiger und leichter ward mir ich weiß ja daß ich mich nach den allgemein anerkannten gesetzen der sitte und der gesellschaftlichen ordnung vergangen habe und in den augen der meisten menschen eine verworfene eine paria bin aber ich weiß auch daß über all meinen erlebnissen und meinen verfehlungen eine große traurigkeit liegt und wenn ludwig mich wirklich geliebt hätte mit der großen heiligen reinen liebe deren ich ihn für fähig hielt wenn er mich so geliebt hätte würde er mir um der traurigkeit willen verziehen und meine schuld vergessen haben dann hätte er in mir die unglückliche gesehen und würde mich trotz allem und allem in seine arme und an sein herz genommen haben und dann hätte ich ihm gehört ganz mit leib und seele ich wäre ihm treu gewesen bis zu meinem letzten atemzuge ich wäre bis ans ende der welt mit ihm gegangen ich hätte mit ihm gehungert wenn's sein musste und hätte mich für ihn hängen lassen sein rasen und schimpfen verriet mir aber daß er auch nur ein gewöhnlicher durchschnittseuropäer ist und daß seine blöden philisteraugen nicht durch die außenwand der wirkungen hindurchdringen und die tiefinneren ursachen erforschen konnten hinter meiner schuld steht die majestät des unglücks er aber sah nur die sünde frau adler stürzte herein und rief sie würde die polizei holen und er soll schadenersatz leisten und sie würde mich auch nicht länger behalten wenn ich so rabiate besucher hätte ludwig warf drei goldstücke auf den tisch und nahm seinen hut ich habe heute den glauben an die menschen verloren schrie er dann haben sie viel gewonnen sagte ich kalt am nachmittag ging ich nach eimsbüttel um womöglich das kind noch mal zu sehen es war ein bitterkalter tag die nasse kälte drang durch meine kleider und ich froh wie ein schneider ich hoffte auch kaum auf erfolg denn es war nicht anzunehmen daß das kind bei dem wetter herauskam ich wollte mich schon wieder auf den rückweg machen da ging gerade die haustür bei peters auf und das mädchen kommt mit erika an der hand heraus wie eine große pariser puppe sah es aus in seinem weißen mäntelchen dem großen weißen hut den schwarzen locken weißen gamaschen und pelzchen ich folgte beiden ging eine strecke hinter ihnen her und rief das kind beim namen es sah sich um erkannte mich offenbar und fing die arme nach der bonn ausstreckend jämmerlich an zu schreien ich kann mir denken daß sie dem armen wurm etwas böses von mir gesagt und ihm angst gemacht haben es fürchtete sich anscheinend sehr und das mädchen das jedenfalls seine instruktionen hatte nahm das kind auf den arm und machte schleunigst kehrt ich ließ sie gehen und setzte meinen weg fort ich sehe ein daß es wohl wirklich das beste ist wenn ich den weg der kleinen erika nie mehr kreuze abends fuhr ich nach berlin abschnitt sechzehn von tagebuch einer verlorenen von margarete böhme diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von jesse meine ankunft in b erfolgte unter nicht sehr günstigen ausspizien ich hatte einen tüchtigen schnupfen husten und etwas fieber die nacht brachte ich im hotel bellevue zu andern tags machte ich mich auf den weg zu frau beydatsch in der zimmerstraße das haus machte schon von außen einen sehr noblen eindruck und der eingang ist geradezu scheußlich dunkle treppen mit abgetretenen linoleumläufern ordinäre türen kurz alles proletarierhaft frau beydatsch wohnt im zweiten stock neben ihrem namensschild waren drei visitenkarten angeheftet jetzt sind's mit meiner vier heinrich beydatsch rechtskonsulent geschwister blunk schönheitspflege massage maniküre ella rohnach tänzerin ich klingelte frau b öffnete selbst eine dicke person in einer hellen cartoonjacke mit sehr starkem leib schlaffen gelben gesichtszügen in denen sich ein kneifer ganz drollig ausnimmt und lange hände deren magerkeit auffallend mit der körperkorbulenz kontrastiert was wünschen sie fragte sie ich sagte meinen spruch auf worauf sie mich einließ ach was von der peach anna kommen sie rief sie treten sie näher fräulein ist zwar ein bisschen provisorisch bei mir man muss sich eben behelfen damit ließ sie mich in eine küche treten auf deren hart ein kohlgericht schmorte und den raum mit seinen lieblichen düften erfüllte an der längswand stand ein korbssofa mit einem tisch davor auf das ich genötigt wurde nun erzählen sie mal was macht denn die peach anna ich berichtete na da muß sie es freilich dicke getrieben haben denn die anna war zeitlebens ein gerissener hund eine ganz ausgekochte sagte sie wir sind nämlich schulkolleginnen und nachbarkinder ich mußte die frau ansehen und vergleiche anstellen himmel sieht die alt aus gegen die kindermann die wenn sie in toilette war einen jugendlichen ja fast vornehmen eindruck machte während wir einander umhüllt von den dämpfen die dem kohltopf entstiegen gegenüber saßen bemerkte ich wie genau sie mich musterte und wie ihr schlaffes gesicht einen immer wohlwollenderen ausdruck annahm wir sprachen über dies und jenes und endlich fragte ich sie ob sie vielleicht ein zimmer frei hätte für sie fragte sie ich bejahte ja da schickt gott sie zur richtigen stunde sagte sie unser allerbestes zimmer nach der straße zu mit separatem eingang ist gerade frei geworden mir ist es ja nicht gleich wen ich als mieterin habe ich vermiete nur an bessere damen die nicht unter kontrolle stehen meine damen sind alle beruflich tätig was machen sie denn etwas müssen sie angeben können sie maniküren oder massieren oder wollen sie an ein theater oder sich als krankenpflegerin ausbilden ich sagte ihr dass ich sprachunterricht zu erteilen gedenke ich spreche perfekt französisch und englisch und auch russisch und italienisch sehr gut sagte sie sprachlehrerin ist sehr fein und schick da wollen wir man gleich eine annonce im lokalanzeiger für sie loslassen mein sohn der rechtsanwalt kann sie aufsetzen ich will nachher gleich rufen ich wollte mir nun das zimmer ansehen und sie wackelte voran und schloss auf die stube in die wir traten machte mir auf den ersten blick einen geradezu armseligen eindruck obgleich sie eine gewisse schäbige eleganz markierte die vorhänge schmutzig der teppich zertreten und verschabt die roten plüschbezüge der möbel verschossen an der einen längswand steht eine chaise longue mit einem grauweißen fell und in der ecke steht das bett hinter einer spanischen wand ich muß gestehen daß mir der gedanke in diesem loch zu wohnen geradezu entsetzen einflößte wieviel soll das zimmer kosten fragte ich hundertachtzig mark inklusive ich glaubte mich verhört zu haben hundertachtzig mark dann war ja die pension bei der k wo ich das hoch elegante zimmer hatte geschenkt monatlich fragte ich natürlich denken sie jährlich sagte sie und lachte ich finde das sehr teuer sagte ich teuer na ich danke fräulein das ist ja doch wohl nicht ihr ernst im gegenteil billig ist's was meinen sie was wir vermieter dabei riskieren unter dem nimmt sie keiner eine so feine dame wird doch um ein paar meter nicht reden ich überlegte im hotel konnte ich nicht lange bleiben vielleicht war's für die erste zeit von vorteil sich ein ungeniertes wenn auch einfaches zimmer zu nehmen ich mietete also und ließ abends meine sachen herbringen mir war's so hundeelend daß ich gar nicht zum nachdenken kam im zimmer rauchte der ofen die bettwäsche roch nach chlor und ich hörte während der ganzen nacht leute kommen und gehen am andern morgen konnte ich nicht aufstehen hatte fieber und heftiges seitenstechen frau beidat sprachte mir mit dem frühstück das manuskript des inserates ans bett das letztere schien mir etwas sonderbar abgefaßt es lautete fräulein thymian gotteball empfiehlt sich zur erteilung von englischen und französischen sowie russischen und italienischen sprachstunden ich fragte die b warum die ersten beiden worte denn gleichsam als etikett oben aufständen ja fräulein das ist doch gerade der kniff sagte sie wie sollen die herren sonst wissen wieso und woran sonst könnten sie ja riskieren daß sie lauter rangen als sprachschüler bekämen hier in berlin ist doch manches anders als in der provinz wozu hamburg immerhin auch gehört ich war so matt und so krank daß ich nicht antworten mochte am abend musste ich zum arzt schicken und der konstatierte lungenentzündung die ersten tage lag ich ganz apathisch da später verlor ich oft für stunden das bewusstsein zwischen hinein war mir furchtbar zumute das fieber stieg bis zu vierzig grad und darüber ganz teilnahmlos halbbewusstlos beobachtete ich die gestalten die sich neben meinem bett bewegten als da außer frau b waren zwei mädchen eine rot und die andere schwarzhaarig beide sehr wuschelköpfig und gleich gekleidet mit roten blusen und schwarzen röcken und noch eine kleine sehr schmale blonde person die drei kramten ungeniert zwischen meinen sachen herum probierten meine hüte auf zogen meine mäntel und jacken an und hatten sich als ob sie sich bereits meinen nachlass teilten zum glück waren die beiden koffer in denen auch meine schmucksachen lagen verschlossen als ich nach einigen wochen etwas besser war erfuhr ich daß die drei meine mitmieterinnen waren um der wahrheit die ehre zu geben muss ich übrigens konstatieren dass die beiden schwestern blunk molly und dolly sich sehr nett und gefällig und teilnehmend erwiesen mir sogar öfters blumen und obst brachten und stets zu kleinen handreichungen bereit waren die tänzerin sie ist am apollo theater im chor kann ich weniger gut leiden ein freches mundwerk haben sie alle drei ich habe noch in meinem leben nicht solche redensarten gehört obgleich die kindermann conny und ihre anderen freundinnen auch für ein gutes stück raten konnten wenn sie in meinem zimmer zusammen saßen erzählten sie einander ihre abenteuer und dabei bekam ich dann einen einblick in eine welt und in ein leben von dem ich bisher doch nichts wusste ach lieber gott ist das fürchterlich die herren mit denen ich bisher zu tun hatte waren doch alle kavaliere die sich keine rohheiten gegen mich herausnahmen und es mich nicht fühlen ließen das und so weiter aber hier wo es alles auf die marken und groschen geht entsetzlich meine genesung ging nur langsam vorwärts ich habe nächte und halbe tage lang geweint ich hatte allen lebens mut verloren ich kam mir ganz degradiert wie in des lebens tiefsten abgrund geschleudert vor in dieser umgebung am liebsten wäre ich gestorben dann wurde ich allmählich besser und meine todessehnsucht verlor sich als ich das erste mal aufstand machte ich eine schreckliche entdeckung einer meiner koffer in dem ich mein geld verwahrte war mit einem nachschlüssel geöffnet und die neunhundert mark die ich in hamburg von der bank abgehoben hatte waren daraus verschwunden außerdem ein brillantring mein erster von glimm und eine brillantnadel ich schlug natürlich lahm aber frau b machte ein großes geschrei und rief ich sollte mich nicht unterstehen ihr die polizei auf den hals zu hetzen sie sei keine diebin und hätte keine diebe im hause ihre ehre sei das einzige kapital was sie hätte gott muss die arm sein und so weiter sicher wäre es mir schon im hotel gestohlen wiederkriegen tät ich es ja doch nicht der koffer hätte doch immer vor meinen augen da gestanden und so weiter die mädchen beschworen mich auch doch nicht die aufmerksamkeit der polizei auf sie zu lenken sie hatten ohnehin solche höllenangst und so weiter was sollte ich machen ich schwieg still ich habe selbst nicht gern etwas mit der polizei zu schaffen aber es ist doch schrecklich neunhundert mark fast mein ganzes barvermögen als ich frau b meine rechnung arzt und apotheker bezahlt hatte hielt ich gerade noch vier mark zwanzig pfennig nach frau b riet mir ein paar meiner wintersachen die ich in diesem jahr doch nicht mehr brauche zu versetzen was ich tat sie selbst brachte meine persianerjacke und den zobelmuff von ludwig aufs leihamt und brachte wahrhaftig dreihundertunddreißig mark dafür was mich sehr freute wer das geld und die beiden schmucksachen gestohlen haben kann weiß ich nicht vielleicht ist es wirklich schon im hotel geschehen auf die mädchen habe ich keinen verdacht auch eigentlich nicht auf frau b noch eher traue ich es ihrem sohn dem sogenannten rechtsanwalt zu ein widerlicher kerl mit einem hässlichen gesicht und schmarotzerhaften wesen aber der war doch so viel ich weiß nie allein in meinem zimmer na hin ist hin und wiedersehen macht freude der erste reflektant auf mein inserat war ein ganz junges bürschchen kaum trocken hinter den ohren der gleich aufs ganze ging und so roh mit der tür ins haus fiel dass ich ihn hinausschmiß dann ginge eine tür weiter zu molly und dolly und ließ sich maniküren die lachten mich aus und meinten ich sei schön dumm später kamen ein paar andere kunden denen ich am liebsten einen tritt gegeben hätte aber schließlich ich habe nun eine andere annonce im tageblatt und in der fossischen erlassen auf die ich wirklich schüler und schülerinnen für sprachstunden zu bekommen hoffe manchmal sehne ich mich ordentlich nach beschäftigung nach ehrlicher berufsarbeit und vor allem nach einem gebildeten menschen mit dem ich mich ordentlich unterhalten kann diese unterhaltungen mit den mädchen sind einfach fürchterlich molly und dolly entstammen kleinbürgerlichen anständigen familien und waren bei wirtheimladen mädchen eines tages landen sie eine frau kennen die auch manikürte und die sie einlud sie zu besuchen a la anna kindermann da ging es dann so kleinem bei kleinem genau wie bei mir schließlich verführte das weib sie zu durchstechereien und diebstählen im laden die sache kam an den tag und molly und dolly kriegten jede vier monate als sie nachher herauskamen beschlossen sie zusammenzuhalten und sich als schwestern auszugeben weil sie immer ganz gleich gekleidet gehen werden sie in ihren kreisen die ponys genannt sie wollten mich schon oft abends mithaben aber ich mag nicht ich bin noch immer nicht so wie sonst auf dem damm ich gehe oft im tiergarten spazieren er ist jetzt so herrlich aber das frische grün und der frühlingsodern machen melancholische gedanken die welt so schön und das leben so ekelhaft 18. august 93 eine hitze zum bürsten das pflaster brennt förmlich die luft ist wie feuerquall ich beneide alle die fort können an die see aufs land ich kann nicht reisen weil ich kein geld habe ich komme mir vor wie eine fregatte die schiffbruch gelitten hat und nun abgetakelt wird um ein ruhmloses ende als kohlenfahrer zu finden wenn ich mich nur erst so weit hätte dass ich mich wirklich nur mehr als kohlenschute fühle das ist ja meine tragik dass ich noch immer nicht in die moralische narkose hinein gerate die zu einem leben wie die ponys es führen unbedingt notwendig ist mit vollem bewußtsein und wachen sinnen kann man es nicht ist es ganz unmöglich so ziemlich meine sämtlichen schmucksachen sind auf dem leihamt jede woche wandert ein neues stück hin ich weiß nicht was werden soll ich hatte ein paar schülerinnen und schüler aber nach den ersten stunden schickten sie mir mein honorar und blieben weg das milieu hier schien ihnen nicht zuzusagen was ich ihnen allerdings nicht verdenken konnte ich bin auch immer noch nicht richtig besser die hitze bringt mich ganz herunter ich sehe elend aus ganz abgemagert ein paar mal nahm ich einen anlauf mir kundschaft zu kapern aber es wurde nichts woran es liegt weiß ich nicht die ponys sagen ich sehe zu vornehm aus es traut sich keiner an mich ran möglich ich bin so schlaff und hinfällig von der hitze tagsüber liege ich halb angekleidet auf der chaise longue und dämmere so hin ich lebe so sparsam als möglich um mit meinem geld zu reichen aber man muss doch satt werden die miete reißt so sehr ins geld mich graut vor der zukunft die beidatsch ist manchmal kurz angebunden und führt anzügliche redensarten wahrscheinlich fürchtet sie es wird bald mit dem zahlen mit mir hapern eine eigentlich grundlose sorge daß sie immer pränumerando ihr geld fordert und ich unfehlbar herausfliegen würde wenn ich am ersten nicht berappte der linksanwalt schwänzelt zuweilen um mich herum und möchte mich anfeuern bald loszugehen gestern abend war er bei mir und kohlte allerlei zurecht eine so schöne dame wie sie mit so feinen eleganten sachen und solch internationalen allüren muß auf die linden gehen oder auf den kurfürstendamm sagte er da liegt das geld auf der straße für eine die gescheit ist die meisten mädels hier sind ja viecher ich habe an k und f geschrieben aber keine antwort erhalten bei denen heißt's auch aus den augen aus dem sinn wenn nur die verdammte hitze nicht wäre manchmal geht eine furchtbare sehnsucht nach der lange entschwundenen zeit meiner jugend durch mich hin ich komme mir schon so furchtbar alt vor ein rasendes heimweh nach unserem schönen stillen garten in dem der mond auf weiße lilienstauden und rote zentifolien scheint ergreift mich heimweh nach mutters grab heimweh nach dem weiten grünen land mit dem silbernen nebelgebrodel wo es abends so schön kühl und feierlich ruhig ist wo die leute wie bei onkel dirk abends unter den breitästigen linden am graft sitzen und schnacken und schwatzen während von der fenne her hier und da ein pferd aufwirrt und ein verschlafenes rind brüllt weg 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 alles vorüber alles hin alles verloren wenn ich einmal wieder etwas geld zusammengebracht habe schicke ich osdorff reisegeld und laß ihn mir rüberkommen das habe ich mir fest vorgenommen dem armen kerl geht es elend er leidet hunger seine familie schickt ihm nichts mehr jedenfalls weil sie ihn nicht hier auf dem hals haben wollen ich finde das gemein und erbärmlich er schreibt mir die kläglichsten briefe sobald ich geld habe kriegt er zweihundert hin andere halten sich einen hund oder vogel warum soll ich mir nicht solchen armen kerl für den haus gebrauch nehmen immerhin wird mir kasimirchen bequemer sein als so ein gewöhnlicher luis der sich unser einem gegenüber als herr aufspielen möchte ich bin losgegangen mir blieb nichts übrig die kindermann hat anderthalb jahre gefängnis bekommen sie haben ihr die kuppelei nicht positiv nachweisen können so kam sie noch eben mit knapper not am zuchthaus vorbei mir geht es wieder leidlich ein teil meiner sachen habe ich aus dem fandhaus ablösen können meine alte anziehungskraft bewährt sich wieder ich habe so viel kundschaft dass ich oft noch davon abgebe abends bei keck oder im national schwirren sie um mich herum wie die fliegen um den honigtopf ich habe damals nachdem ich endgültig eingesehen hatte daß ich doch nicht wieder hochkomme den ballast der letzten bedenken über bord geworfen ich bilde mir oft ein dass ich gestorben bin die menschen unter denen ich jetzt lebe sind alle leichen sie haben ihre seelen ausgehaucht und beweisen durch ihre existenz dass man auch ohne ein solches instrument da sein ich schreibe absichtlich nicht leben kann meine sprachkenntnisse kommen mir doch sehr zustatten ich bekomme dadurch oft sehr reiche ausländer die gut zahlen und das ist jetzt für mich die hauptsache gestern abend hatte ich einen russen der kein wort deutsch sprach und der mir dreihundert mark gab die ponys haben übrigens glück gehabt molly lernte im oktober in einer bar einen amerikaner kennen der ihr ein festes jahresengagement bot sie erklärte ihm aber daß sie nicht von ihrer schwester abgehe und da engagierte er sie alle beide das heißt er hat ihnen eine eigene wohnung in der taubenstraße eingerichtet und gibt ihnen monatlich vierhundert mark dabei ist er nur vier monate jährlich in berlin die andere zeit haben sie für sich ich habe wirklich noch vieles lernen müssen zuerst war es mir grässlich obgleich ich schon bei anna kindermann eine ganz gute vorschule durchgemacht hatte in dieser welt der leichen stinkt es nach verwesung daran muss man sich gewöhnen der brechreiz gibt sich dann allmählich die mädchen mit ihren männern haben ihre ganz bestimmte organisation untereinander und im großen ganzen herrscht eine gewisse solidarität unter ihnen zwischen den kontrollierten und uns halbseidenen fußnote bezeichnung für nicht kontrollierte mädchen ende der fußnote zwischen den kontrollierten und uns halbseidenen ist äußerlich kein wahrnehmbarer unterschied jede halbseidene umgeht natürlich die sitte wie die pest obgleich bei den kontrollierten eben diese wahnsinnige angst vor dem abgefangen werden fortfällt die untersuchungen an sich sind ja nicht so schlimm aber wiederum hält es auch furchtbar schwer die sitte wieder abzuschütteln und dann das unterkommen das ist ein furchtbarer punkt hält es schon für uns schwer ein logis zu finden bei den kontrollierten ist es geradezu ein dilemma auf die wohnungssuche zu gehen ich wohne wirklich noch billig die meisten bezahlen sieben oder zehn mark miete pro tag oft noch mehr die hauswirte haben ein zu großes risiko dabei da sie wenn ein mädel mit der polizei in konflikt kommt immer gefahr laufen sich eine kuppeleianklage zuzuziehen ich denke manchmal warum die polizei durch die kontrolle das gewerbe eigentlich gewissermaßen sanktioniert wenn sie den mädchen nicht zu wohnen gestattet diese schwindelnden mieten aufzubringen ist ja schrecklich schwer und für manche ganz unmöglich gute toilette müssen wir doch auch machen und das leben kostet auch ohnehin schon sehr viel ich muss zum beispiel 4000 mark einkommen versteuern und bin als sprachlehrerin angemeldet ob sich die steuerbehörde über das einkommen einer sprachlehrerin in der zimmerstraße wirklich solche illusionen macht oder ob sie sich ihr teil denkt ich weiß es nicht das verhältnis der männer und mädchen zueinander denken sich die leute die keinen tieferen einblick in diese kreise haben auch meist anders wie es in wirklichkeit ist ich hatte mir unter einem louis auch nur einen menschen vorgestellt der den mädeln die kunden zuführt sie beschützt rabiate oder zahlungsfaule klienten mit sanfter gewalt auf ihre berappungspflicht aufmerksam macht und im übrigen im verhältnis eines sklavenhalters zu den mädchen steht das alles kommt ja auch gewiß vor aber meistens ist das verhältnis der mädchen zu diesen sogenannten zuhältern das natürliche eines mädels zu seinem liebhaber es ist ja auch erklärlich in jedem mädchen steckt doch das weib mit seinem anlehnungsbedürfnis seiner liebessehnsucht die in der rein gewerbsmäßigen handhabung des geschlechtlichen verkehrs keine befriedigung findet mir selber geht es so was würde ich darum geben wenn ich einen nur einen einzigen menschen in der welt hätte der zu mir gehörte an den ich mich anschließen könnte von dem ich wüßte er ist für mich da und ich für ihn aber wiederum könnte ich mich nicht entschließen einen beliebigen menschen an mich heranzuziehen die meisten dieser kerle sind ja qualitativ unter aller kanone man könnte manchmal studien machen diese leute rekrutieren sich aus allen ständen heruntergekommene subjekte sind's natürlich alle was anständiges wird sich nicht von einem mädel unterhalten lassen die wenigsten haben eine beschäftigung wohl aber haben sie clubs untereinander haben turn und athletenvereine und rekeln sich die ganzen tage in den wirtschaften herum ein paarmal versuchte solch ein kerl sich an mich heranzuschlängeln aber ich dankte ergebenst natürlich in aller freundschaft und höflichkeit im zorn ist mit den herren nicht gut kirschen essen da ist besonders einer der schache friedrich warum er so heißt weiß ich nicht die mädel wie die männer haben die komischsten spitznamen der sich immer im café keck zu mir setzt er ist eigentlich dr juris hat mir seine papiere gezeigt hat sein staatsexamen gemacht und ist als assessor abgedankt weil ihn ein weib zugrunde gerichtet hat sagt er ich glaube aber eher wegen seiner versoffenheit denn er säuft scheußlich und ist regelmäßig um mitternacht voll wie ein schwein bis er aber diesen grad des besoffenseins erreicht hat und damit in das stadium vollständiger bewußtlosigkeit gelangt ist läßt sich ganz gut mit ihm schwatzen man merkt dass er ein studierter mann und ein gebildeter mensch ist deshalb wundert es mich eigentlich dass seine schickse eine person unter null eine ganz ordinäre sechser kalle ist ich meine so er könnte was besseres haben wenn er wollte ich freilich bedanke mich für einen solchen schnappschlauch in der halben welt gibt's genauso viel kasten und kreise wie in der ganzen die oberen vierhundert sind diejenigen die einen reichen freund haben der sie aushält zu denen sollte ich eigentlich gehören ich könnte es so haben wenn ludwig nicht auf die verrückte idee mit der scheidung und der heiraterei gekommen und ich nicht so kolossal dumm gewesen wäre ihm meine beichte auf die nase zu binden man ist wirklich manchmal zu klamm also von denen die einen freund haben und nur für diesen da sind nach so etwas halte ich ausschau führen eine menge stufen und stiefchen hinab zu den ärmsten der armen die sich für eine mark und noch weniger verkaufen schön ist's nirgends da unten aber ist's fürchterlich ach gott überhaupt die welt wenn ich das alles so ansehe da geht mir immer ein zitat durch den sinn das nirgends so angebracht ist wie hier der menschheit ganzer jammer packt mich an schließlich und am ende liegt doch über jeder die einmal auf diese weide geraten ist eine schwere trübe dunstwolke von tragik und unglück gewiß es sind auch mädchen darunter die ganz und nur durch leichtsinn und schuld dazugekommen sind aber ich behaupte daß keine einzige mit vollem wissen und bewußtsein sich in diese tinte hineingeritten hat ich kenne jetzt unendlich viele die nur von der preisgabe ihres körpers leben aber ich weiß ganz sicher und bestimmt dass sich unter hundert keine fünf befinden die nicht mit beiden händen zugriffen wenn sich ihnen eine gelegenheit zur rückkehr in geordnete verhältnisse böte es gibt so viel wohltätigkeit und humanität in der welt es gibt kinderkrippen und altersversorgungen fürsorge für sträflinge und gott weiß was sonst noch für nützliche institute es wird so viel bassard gemimt getanzt zum wohl der leidenden mitwelt aber in die welt des tiefsten elends der äußersten finsternis dringt selten ein strahl barmherziger werkthätiger nächstenliebe hinab wie manche würde sich gern retten lassen freilich nicht durch besserungsanstalten und stadtmissionen immer von oben herab von dem kothurn der überlegenen moral ich danke dir gott daß ich nicht bin wie andere usw ne auf den schwindel fällt keine herein nein um hier zu ändern und zu bessern müßte schon eine neue weltordnung eine vollständige umkrempelung der begriffe und verhältnisse vorangehen die menschen müßten ihren alten adam ausziehen und ihre vorurteile wie einen haufen verlauster wäsche verbrennen die schranken müßten fallen die alten griechen feierten ja sogar ihre hetären und die phönizier verehrten sie als priesterinnen damals waren es die besten schönsten klügsten gebildetsten ihres geschlechts die der venus dienten und diese antiken völker standen wahrhaftig auf keiner niedrigen kulturstufe als die heutige zeit es sollte doch wahrhaftig jeder unbenommen sein mit ihrem eigenen körper zu machen was sie will muß denn dann notwendig noch die heilige feme der öffentlichen meinung sich aufspielen und den betreffenden der es anders macht als die anderen in einer stinkflut von verachtung und schmähung ersäufen wenn das gewerbe der hingabe aufhörte ein verächtliches gewerbe zu sein würde sich das heer der gewerbetreibenden um vier fünftel ja ich möchte kühn behaupten um neun zehntel vermindern ich würde zum beispiel gern eine stelle als gesellschafterin oder erzieherin annehmen und ich will verflucht und verdammt sein wenn ich nicht alles aufbieten würde meinen pflichten nachzukommen wenn ich es mir jemals wieder einfallen ließe mich mit einem mann einzulassen aber abgesehen davon daß es ja wie ein märchenwunder wäre wenn unser eins solche stellung kriegte hing doch immer das messer über einem und sobald die vergangenheit bekannt würde flöge man mit einem fußtritt hinaus und noch tiefer in den dreck als vorher wenn unser hetären dasein keine schande wäre und die rückkehr zu bürgerlichen berufen uns jederzeit ungehindert freistände würden die meisten die nur kurze zeit das elend dieses lebens gekostet hätten wieder umkehren so aber sind die pforten hinter uns abgeschlossen ihr die ihr hier eintretet lasset alle hoffnung draußen am meisten bringt es mich immer auf wenn diese philister ihre weiber mit in die nachtcafés nehmen und sie sitzen da und tuscheln und lachen und mokieren sich und wissen gar nicht wie sie sich haben sollen um so recht den unterschied zwischen ihrer geilfetten moralität und ihrer bürgerlich behäbigen unantastbaren erhabenheit uns armen sumpfhühnern gegenüber zu betonen ich möcht ihnen gerad ins gesicht spucken den gänsen als ob eine von ihnen wüßte was leben und leiden heißt was wissen die von den nachtgängen des lebens in deren schatten unsere armen existenzen verkümmern ich möchte ihnen gerade zurufen seht euch nur vor ihr seid auch noch nicht zu ende vielleicht habt ihr töchter von denen euch der tod abruft und die hier auch einmal sitzen und von schälen augen höhnisch gespießt werden ich möchte mal eine von den vielen frauen die in christlicher barmherzigkeit wohltun und nächstenliebe machen sehen wenn man es ihr zumutete eine besucherin des nationalcafés als stütze oder bonn zu engagieren oh gott was würde sie sich schütteln und grausen und gegen solche zumutung protestieren ich pfeife auf alle christliche liebe und allen wohltätigkeitsramsch die menschen sind alle bestien hyänen ob sie so ein oder solch ein fell um ihren korpus haben im national ist besonders ein mädchen das mich interessiert sie nennen sie duda sie hat ein eigentümlich weißblondes haar mit goldroten spitzen und sie macht obgleich sie nicht übel aussieht einen sehr armen gedrückten eindruck ihr bräutigam sitzt neulich erzählte sie mir davon er hat sie wenn sie ihm nicht genug geld nach hause brachte mit fußtritten regaliert und ihr einmal einen so heftigen stoß gegen den leib versetzt daß sie eine gebärmutterknickung davongetragen hat ich bezahlte ein paar mal den kaffee für sie sie hat ihr zeugnis verweigert aber auf die aussage des arztes hin hat er fünf monate gefängnis bekommen nun sitzt sie da und grault sich vor dem augenblick wo er wieder frei kommt und hat doch sehnsucht nach ihm und wird saugrob wenn irgendein ausdruck über ihn fällt der ihr nicht passt man sieht hier viele schicke aber wenig wirklich schöne mädchen doch für heute schluß es treibt mich immer wieder zu dem büchelchen ich weiß nicht warum manchmal bilde ich mir ein es sei ein mensch mit dem ich rede ein lieber vertrauter freund mein einziger auf der welt und es macht mir spaß aufzuschreiben was ich erlebe und was mich beschäftigt in meinen gedanken ich habe ostdorf geschrieben und getröstet mit dem frühjahr und ich denke wohl daß ich ihm bis dahin geld zur reise schicken kann alsdann werde ich mir ein anderes logis suchen und ostdorf mitnehmen man erlebt so mancherlei und fast jeden abend was anderes aber selten was gutes ich bin so sehr nervös daß manchmal meine glieder fliegen wie im feitstanz und manchmal habe ich lust zu schimpfen und grob zu werden und zu schmeißen und mich auszutoben denn dies leben ist gräßlich aber man kommt nicht hinaus man sitzt wie eingemauert drin und ist nirgends ein ausgang und nur hoch oben ist ein fenster aber was hineinschaut ist dumpfe graue luft und kein hoffnungsfrohes himmelslicht mehr da saß ich neulich im national mit duda und kitsche an einem tisch nahe am springbrunnen und nebenan saßen zwei herren einer mit langem schwarzem vollbart und goldenem kneifer und ein alter meergreis mit einer blau rot verwarzten nase der alte knacker schmiss ein markstück in das wasser ich streifte den ärmel auf und holte es heraus da warf er noch eins rein und noch eins und da kam auch duda und fischte und nachher schmiss er immerzu geld hinein marken und fünf groschen und zehn pfennigstücke und da kamen sie alle herangewimmelt und eine wollte der andern zuvor kommen und der alte kerl lachte daß ihm der bauch wackelte und ließ sich eigens vom kellner zwanzig mark kleingeld bringen in dem gedränge verlor die goldfischelse ihren wilhelm fußnote falscher zopf ende der fußnote sie meinte wohl ich hätt's getan und aus wut ging sie hinterrücks hin und riß meine nadeln aus dem haar und dachte wohl daß mir das gleiche mißgeschick passieren würde wie ihr aber da hatte sie sich geschnitten die haarsträhnen rollten mir nur so über den nacken und lösten sich auf und ich schüttelte sie mit willen und stand da vom nacken bis an den kleidzaum wie mit einem losen schwarzen gewand umhüllt das war ein anstaunen aus allen ecken und von allen seiten kamen sie herbei und besichtigten das wunder und auch der große schwarze herr der sich all die zeit nicht gerührt hatte und mit der hand in der tasche gleichgültig und teilnahmslos dasaß erhob sich und betrachtete mein haar und sagte prachtvoll prachtvoll sie könnten ja für eine haarwasserfabrik reklame machen mädchen ich schnitt ihm eine fratze denn das wort mädchen paßte mir nicht weiß nicht weshalb da ich doch nicht mehr gewöhnt bin per gnädig angeekelt zu werden die mädchen waren alle neidisch und das freute mich und ich ließ das haar den abend so wild hängen und jeder der mir nahe kam wollte das haar befühlen und darin herum vorwirken aber ich litt's nicht und ließ jeden der das wollte erst fünf mark bezahlen und hatte gleich an sechzig mark zusammen wofür ich mir nächsten tags einen pariser hut mit gelben federn kaufte was das wunderbare war daß ich immer wieder nach dem schwarzen kerl hinsehen mußte je länger ich ihn ansah desto besser gefiel er mir er hat ein so schönes profil gehabt eine adlernase und prachtvolle braune augen und herrlich schöne weiße feste glatte hände ich wünschte ihn mir zum mitkommen und nahm keinen andern an und nach einer weile kam er richtig und setzte sich an meinen tisch und der alte kam auch hinterher gemeckert ich hörte daß der schwarze ein doktor ist und nachher sagte er richtig er begleite mich nach haus und ich scharf anstatt zuzulang wurde patzig und sage rasch weg nein worauf er lacht und gemächlich sagt na dann nicht lieber schatz und zahlte und ging fort und nachher habe ich mich blau geärgert wie sich mir solch ein lause junge von zwanzig jahren anhing und ich habe die ganze nacht an den schönen menschen denken müssen ich schreibe das nur auf weil es eigentlich das erste mal in meinem leben ist dass ich tatsächlich nach einem bestimmten mann verlangen gehabt habe ich muß noch an ihn denken und wünsche sehr ihn wiederzusehen und werde ihn dann nicht mehr entwischen lassen aber so bin ich mir selber unberechenbar auf einmal stößt etwas in mir auf nun gerade nicht dann ist es als ob ein fremder mensch in mir sitzt und ich muß machen und sagen was der will und nicht was ich möchte so ist es es ist doch zu merkwürdig gestern sah ich den schwarzen doktor wieder bei kranzler unter den linden saß er am fenster ich ging auch hinein und setzte mich an seinen tisch er sah mich über seine zeitung hinweg an und tat als ob er mich nicht wiedererkennt nach ein paar minuten kam ein backfisch mit torte und setzte sich neben ihn und aus der anrede hörte ich dass es seine tochter war da sah ich dass nichts mehr zu wollen war zahlte und ging wartete aber draußen bis er herauskam mit dem mädchen ich wollte ihnen nachgehen und sehen wo er hinging er merkte es wohl und setzte den backfisch in eine droschke und kam dann gerade auf mich zu nun mein kind sagte er wünschen sie etwas ich kniff die lippen zusammen und sagte nichts er ging neben mir her eine lange weile bis hinterm brandenburger tor ihr schönes haar hat es mir angetan sagte er ich möchte es noch einmal sehen das möchten andere auch sagte ich er lachte sie haben einen stark entwickelten geschäftsgeist die art wie sie aus der sehenswürdigkeit ihres haares kapital schlagen hat mir spaß gemacht sie hatten übrigens nicht unrecht wer sehen will soll zahlen ich bin sonst ein mann mit soliden gewohnheiten als arzt habe ich auch keine zeit zu öfteren nachtexkursionen und mit professionellen damen verkehre ich prinzipiell nicht aber ihr haar interessiert mich ich werde es mir auch zwanzig mark kosten lassen wenn sie es mir noch mal zeigen wollen lassen sie sich was pfeifen sie alter quasselkopp sie oller kamillentrichter sagte ich böse denn der ausdruck professionell ging mir wieder wie eine stumpfe säge über die nerven wer ist professionell he sie professionelle leichenpräparierer na nu man nicht gleich so halb sagte er ich will ihnen ja nichts und wenn nicht dann nicht adieu mein fräulein fort war er und ich stand da und giftete mich und zu hause schnitt ich vor wut der beidatsch ihre tischdecke in stücke wofür ich fünf taler blechen mußte obgleich das dreckige ding keine fünfzig pfennig versatzwert mehr hatte ja man erlebt so mancherlei wunderliches auf dem bummel vor ungefähr acht tagen war ich abends in einem ballhaus und da trottelte die ganze zeit ein alter mummelkreis hinter mir her und wollte partout mit mir anbinden und ich kam nicht dazu ihn abzuschütteln zuerst beachtete ich ihn nicht denn ich sah gleich daß nichts dahinter steckte ganz proper mit dem anstrich von eleganz aber nichts gediegenes der rock schon an den nähten ein bißchen schäbig wäsche und krawatte sauber und ordentlich aber nummer stroh ich taxierte ihn gleich richtig so n alter abgedankter aristokrat lebemann anno dazumal nichts vor und nichts hinten lassen sie mich in ruhe alter schafskorb sie verderben mir ja das geschäft sagte ich für sie wird wohl noch n alter schraubendampfer wie die simbria drüben gut genug sind drüben sitzt sie und lauert auf ihn er wich aber nicht von meiner seite und beteuerte immer fort ich sei die anmutigste frau die er je gesehen hätte und darauf können sie stolz sein wenn ich ihnen das sage ich bin weit rumgekommen in der welt und hab in aller herren länder die schönsten weiber gesehen und besessen immer das exquisiteste ganz egal wo in monarouge oder in wien oder in madrid und petersburg und last not least in dresden wo die schönen mädchen auf die beme wachsen sagte ich er schüttelte wehmütig den kopf und schnalzte mit der zunge damals am jüdenhof bei der braunschweiger minna ich versichere sie sie hielt in ihren salons das ausgesuchteste material von ganz europa leider wurde sie aus dresden ausgewiesen nachher errichtete sie eine filiale in riga aber die sache war nicht mehr auf der höhe wie in dresden damals hatten sie wohl mehr moneten als jetzt sagte ich und sah mir den kleinen kerl von oben herab an da zog er ein 20 mark stück aus der westentasche sehen sie sich mal das ding an es ist eine art merkwürdigkeit diese 20 meter sind die letzten von 600.000 ihrer schwestern die durch meine finger rollten vierzig jahre habe ich dazu gebraucht woraus sie sehen dass ich ein solider mensch bin was meinen sie wenn wir den fuchs in röderer auflösen ne idee von schiller sagte ich denn der alte fing an mich zu interessieren wir setzten uns dann oben in eine ecke und er erzählte mir daß er ein schuldenfreies rittergut in schlesien gehabt hatte und einen landsitz in westpreußen und eine villa in steiermark und war alles hindurch und alles weg und die zwanzig marker waren die letzten von seinem kapitalvermögen nun solle er monatlich zweihundert mark rente von seinen verwandten kriegen zu viel zum sterben zu wenig zum leben wie er sagt und er zeigte mir die fotografien von seinen ehemaligen besitztümern und verschiedene papiere die darauf bezug haben woraus ich sah daß alles seine richtigkeit hatte das haben sie alles versoffen sagte ich er nickte vergnügt es tut mir nicht mal leid wenn ich mir es zurückwünschte wär's nur um es ihnen heute abend schenken zu können leider hab ich momentan nichts mehr zu verschenken und wie er die papiere in die brieftasche zurück tat hielt er eins zurück grundbesitzer bin ich doch noch das hier ist die kaufurkunde über ein grab auf dem schöneberger friedhof vor zehn jahren hab ich's mir zugelegt und n gitter für sechshundert mark drum machen lassen ein stein war auch schon drauf den hab ich wieder versilbert dann haben sie doch noch was zu verschenken sagte ich was die grabstätte ja warum nicht sagte ich unser eins möchte auch wissen wohin die würmer mal fressen ich zündete mir eine zigarette an und ließ einen sekt auf meine kosten kommen und der alte soff und wurde immer verliebter und zudringlicher ich will ihnen vorschlag zur güte machen sagte ich ich geb ihnen fünf bohrs und dafür übertragen sie mir ihren schöneberger grundbesitz ne tolle idee ne tolle idee griente der alte wieso toll sagte ich ich möchte auch wissen wo sie mich mal einbuddeln er wollte erst nicht recht anbeißen aber ich hielt an zuerst nur aus unsinn und nachher aus ernst und ehe ich mir selber versah wurden wir handels eins ich krieg das schöneberger grundstück mitsamt dem gitter und er kriegt zehn bons ein toller handel ja sag ich wer garantiert mir aber so und so daß die sache von ihrer seite auch perfekt wird ha dafür bin ich kavalier parole d'honneur sagte er und wirft sich in die brust eine ganze menge zeugen waren bei dem geschäftsabschluss anwesend und mindestens zwanzig pullen sekt sind drauf geschmissen ein paar tage später kriegte ich die urkunde auf meinen namen zugestellt der alte war so noble gewesen auch noch die umschreibung auf meinen namen aus seiner tasche zu bezahlen also habe ich jetzt eine grabstätte als meinen besitz ich bin schon mehrere male draußen gewesen das erste mal in begleitung des alten er sagt er hätte auch noch anspruch auf einen platz im erbbegräbnis auf seinem ehemaligen ritter gut das war mir angenehm zu hören denn sonst hätte es mir doch leid getan ihm seinen letzten grundbesitz abzuknöpfen das gitter ist sehr schön und eine hübsche trauerweide steht darauf zum frühjahr will ich mir eine bank und einen stein darauf machen lassen und efeu und blumen hinpflanzen meine bekannten lachen mich aus und sagen ich wäre verrückt aber mir macht es spaß ich will mir einen richtigen kleinen garten drauf anlegen und meine sommerfrische drauf abhalten 8. März 94 die letzten wochen machte ich brillante geschäfte ich hatte einen engländer der im hotel bristol wohnte und der rein verrückt nach mir war und das geld händevoll weiß zum fenster hinaus warf wenn er mit mir ausging einmal hat er für 400 mark sekt in einem ballhaus bezahlt wovon ich zehn prozent vom oberkellner abkriegte gekauft hat er mir was los und fest war bei wertheim haben wir an einem nachmittag für 1200 mark waren genommen lauter toiletten gegenstände die ich zum teil nicht mal brauchen konnte und gleich wieder verkloppt habe jeden abend bekam ich 200 mark scheine wovon ich zwei an ostdorf geschickt habe zur überfahrt ich hätte ihm gern mehr geschickt aber ich war bange daß der mir dann das geld versäuft und doch nicht kommt so reicht's gerade zum zwischendeck sonst liegt mir gar nichts am geld es rutscht mir nur so durch die finger zum sparen komme ich doch nicht mehr vor etwa einer woche wär's mir bald mies gegangen irgend so'n verfluchter spitzel muss hinter mir her gewesen sein denn ich wurde aufs polizeiamt zitiert und der kommissar oder was er für ein kerl war fuhr mich basch an und ich sollte angeben von was ich lebe na von sprachunterricht sagte ich das haben sie uns nachzuweisen schreit er mich an und so weiter ich soll also das zeugnis von mindestens drei einwandfreien personen bringen daß ich mit sprachunterricht so viel verdiene um existieren zu können mir war nicht gut zumute dabei denn woher sollte ich die einwandfreien personen kriegen am abend erzählte ich es dem schachen friedrich weil der doch so'n bißchen von der juristerei versteht und der sagt's den andern und auf einmal erörtern die andern meine sache als ob's die ihre wäre und sie mich gar nichts anging na was soll ich sagen drei tage später hatte ich meine drei einwandfreien zeugen die die eidesstattliche versicherung abgegeben haben dass sie bei mir sprachstunden die stunde zwei mark nehmen und ist alles glatt gegangen aber vorsehen muß ich mich natürlich doch so ist es ganz nett die leute springen hier gegenseitig feste füreinander ein wenn's klemmt man kann so ziemlich für alle lebenslagen in diesen kreisen haben was man braucht es gibt auch eine menge frauen die nur vom anmelden leben das heißt sie melden die betreffende person als bei ihnen zu besuch an und bekommen drei mark dafür während die betreffende in wirklichkeit ganz woanders wohnt mir hatte kürzlich eine mein portemonnaie mit vierzig mark und zwei abonnements für frisur und maniküre gemobst und ich war hinter ihr her und konnte sie erst nicht finden weil sie auch maskiert angemeldet war nachher erwischte ich sie aber wiederbekommen habe ich doch nichts mit gewalt läßt sich nichts machen die zimmervermieterinnen machen immer noch das beste geschäft erst ziehen sie die hohen mieten und dann fallen auch sonst noch eine menge sporteln ab zum beispiel wenn eine in verlegenheit ist wird sie meistens doch erst der wirtin ihre wirtssachen zum verkauf anbieten die zieht es für ein ei und ein butterbrot ein und hängt es nachher anderen und zwar meistens auch wieder mädchen natürlich mit 25 prozent aufschlag und mehr auf die beidatsch hat auch bald ihr schäfchen im trockenen sie hat mehr brillanten als ich sie will nächstens das geschäft aufgeben und sich eine kleine wohnung in pankau mieten ich ziehe auch sobald kasimirchen da ist für später hätte ich auch lust zimmer zu vermieten 22. Mai 1894 ich war wieder krank in hamburg wo ich kasi mir abholte hatte ich mir eine verfluchte erkältung geholt der arzt sagt mein herz wäre sehr schwach ich soll im sommer nach nauheim gehen zum glück habe ich so viel zusammen dass ich es kann zur not versetze ich ein paar schmucksachen kasimir hat mich eine menge geld gekostet ich mußte ihn von kopf zu fuß einkleiden er war ganz abgerissen ich hatte doch erst ein bißchen sorge daß er's krumm nehmen würde wenn ich ihm die nötigen aufklärungen gebe aber er ist wirklich noch dümmer und gleichgütiger als ich gedacht hatte sein stumpfsinn grenzt wirklich an idiotismus woher das geld kommt ist ihm ganz egal wenn er's nur hat ich hätte ihn gern von der zuhältergesellschaft fern gehalten aber da ist nichts zu machen jetzt ist er mittendrin sie haben ihn auch schon getauft und nennen ihn flieben heinrich ich glaube wegen seiner etwas vorhängenden unterlippe seine ganze sorge ist dass seine verwandten ihn entdecken in einigen teilen ist er merkwürdig schlau manchmal ist er mir unsäglich zuwider und ich begreife mich selber nicht was ich an ihm finde da man sich nicht einmal vernünftig mit ihm unterhalten kann und doch möchte ich ihn nicht missen ich wohne jetzt in der markgrafenstraße ein schönes großes zimmer nach vorn und eine kammer in der osdorf schläft und zahle per monat dreihundertsechzig mark das heißt tagweise a tag zwölf mark die vermieterin ist eine sehr resolute nette frau das heißt eigentlich ist sie keine frau sondern fräulein und sie haben ihr auch schon übel mitgespielt und sie hat schon zweimal gesessen wegen dem vermieten sie hat einen restaurateur als freund der im notfall für sie eintritt aber sie sagt es sei doch eine faule sache und sie hat die absicht sich pro forma zu verheiraten damit die schikaniererei aufhört sie hat einen mieter ein armer ganz sicher lungenkranker kerl dem jeden augenblick die luft ausgehen kann mit dem will sie sich trauen lassen sie hängen schon im kasten mitte juni heiraten sie ich habe draußen meinen schöneberger grundbesitz jetzt in ordnung eine bequeme bank steht unter der weide und in den vier ecken sind blumenbeete angelegt und zum herbst will ich einen stein draufsetzen lassen ich gehe oft zwischen sechs und sieben abends hinaus wenn es schön ist und sitze eine weile dort und spinne mich ein in meine eigenen gedanken und träume und denke wie schön es wäre wenn man an einem lauen maiabend wie jetzt da sitzen und einschlafen könnte und nie mehr erwachte oder zu einem neuen leben erwachte indem man ein neuer mensch wäre und von vorn anfangen könnte dicht neben meinem grab ist ein frisches grab nachdem eine ältere frau in tiefer trauer kommt sie weint nie aber man sieht es ihr an daß sie unsäglich leidet eines abends kamen wir in ein gespräch und sie erzählte mir daß sie eine pianofabrik hat und witwe ist und im märz ihren letzten sohn von siebzehn jahren begraben hat sie setzt sich zuweilen zu mir auf die bank und sie hat mich eingeladen sie zu besuchen was mir natürlich nicht einfällt da wär ich ja doch bald erkannt so ist's besser ich bin manchmal so mad daß ich meine ich mach's nicht lange mehr mit dies leben ich sehe auch wieder erbärmlich aus ich muß landluft genießen fußnote schminken ende der fußnote ich muß landluft genießen was ich sonst nie nötig hatte und auch nicht gern tue weil rote backen mich nicht kleiden molly und dolly haben dreißigtausend mark in der lotterie gewonnen und sind eines tages ohne sang und klang von der bildfläche verschwunden vorgestern schrieben sie mir sie haben sich in einem kleinen thüringer nest eingemietet und wollen ein geschäft anfangen dass sie klug sind ich wollte ich hätt auch so'n bomben glück und könnte heraus und nie wieder nie wieder ich freue mich kindisch zu meinem grundbesitz es ist zu hübsch des abends wenn die vögel in den bäumen singen und das pfeifen und klingeln und lärmen und tosen der straßen so gleichsam an einem vorüberstreicht als ginge es einem momentan nichts an als sei man herausgelöst aus der welt der friedlosen wie ein stein aus einem ring und hinge nur als tauträne still und rein an einem ölblatt des friedens in dem reich der erlösten der schlafenden wenn man dann wieder in die straßen kommt empfindet man den unterschied freilich doppelt dann ekelt es einen erst recht an eine gewisse genugtuung bereitet es mir dass ich auf der straße niemals in unanständiger weise angerempelt werde fast alle meine kolleginnen tragen den stempel ihres gewerbes im gesicht man sieht an einem eigentümlichen zug um den mund und den augen was sie treiben vor diesem eichstempel des elends fürchte ich mich ich studiere mich täglich im spiegel und entdecke ihn gott sei dank noch nicht ich glaube es kommt davon dass ich meinen geist von den funktionen meines körpers emanzipiere ich lese viele gute bücher jetzt habe ich mich an niches zarathustra gemacht aber ich verstehe das meiste nicht so ist es mir als wären geist und körper bei mir zwei verschiedene und getrennte wesenheiten aber der geist bezahlt dem körper seine miete indem er ihm den reflex seines daseins auf das angesicht drückt so daß man die lebendige leiche nicht gleich als leiche rekognoszieren kann ach kinder was haben es die toten da draußen gut ende von abschnitt 18 abschnitt 19 von tagebuch einer verlorenen von margarete böhmel diese librivox aufnahme ist in der public domain aufgenommen von jesse wir hatten gestern hochzeit ach du liebes herr göttchen was für eine hochzeit der standesbeamte soll nur immer den kopf geschüttelt haben als er den bräutigam ansah der kerr kann kaum noch aufrecht stehen total schwindsüchtig er schlenkert nur so hin die handgelenke sind dünn wie federhalter und auf dem ganzen knochen geröst kein lot fleisch während des standesamtlichen aktes hat er einen hustenanfall gekriegt und blut gebrochen und der beamte hat die menge gefragt ob sie nicht lieber verzichten wollte es sei ja der reine hohn als sie nach hause kamen musste der junge ehemann gleich ins bett und wir feierten allein hochzeit 20 personen bis heute früh zwei uhr und es war so lustig dass die aufwärterin das zimmer nachher mit dem verschütteten sekt hat aufnehmen können und gar kein wasser brauchte ich habe endlich meinen schwarzen gefunden und ihn festgehalten in der bellevue straße begegnete ich ihm und ging auf ihn zu und entschuldigte mich wegen meiner neulichen grobheit er lächelte und schüttelte den kopf das habe ich ihnen nicht übel genommen liebes fräulein und wir gingen wieder zusammen in den tiergarten und unterhielten uns wie ein herr und eine dame von allerhand dingen die sonst von mädchen meiner sorte in der unterhaltung mit männern nicht berührt werden auch kein interesse für sie haben und ich merkte instinktiv zu meiner befriedigung dass sein interesse für mich von minute zu minute stieg wir setzten uns auf eine bank im tiergarten und plauderten weiter und ich erzählte ihm allerhand details und episoden aus meinem gegenwärtigen leben und dann erzählte er von sich er ist arzt und hat eine sehr große praxis und ist glücklich verheiratet und hat vier gesunde gut geratene kinder zwei mädel und zwei jungen aber er ist nervös in folge von überarbeitung und er sagt er brauche zuweilen ausspannung und zerstreuung und ablenkung und er suchte schon lange nach einer passenden bekanntschaft ob ich es ihm gestattete mich in den nachmittagsstunden von sechs bis acht uhr dann und wann zu besuchen ich gab ihm meine karte und am anderen tag kam er ich habe noch nie einem besuch mit solcher ungeduld entgegen gesehen und mich so auf einen besucher gefreut wie auf diesen wie er bei mir war habe ich erst gemerkt dass ich in den mann tatsächlich verliebt bin wie er mir geld geben wollte habe ich es zurückgewiesen und auf einmal hab ich ihn mit beiden armen umschlungen und ihn vor lauter liebe direkt in den hals gebissen und ihn gebeten mich ganz für sich zu nehmen ich will auch nur ganz allein für ihn da sein und er zog mich mit auf den divan und strich mir mit einer ganz zarten leisen handbewegung das haar aus der stirn und sagte mir dass er ohne seine familie zu schädigen mir nicht mehr als monatlich 250 mark geben kann wenn ich damit auskäme sei einverstanden und sagte mir auch daß seine frau im letzten wochenbett vorigen herbst so furchtbar gelitten habe und sie geschont werden müsse und sie eigentlich jetzt nur als geschwister zusammenlebten und es könnten ein paar jahre vergehen bis sie so weit gekräftigt sei daß er sie wieder als seine frau betrachten und mit ihr verkehren könnte da wußte ich ja auch direkt daß ich nur notbehelf bin und der dr w in mir nichts anderes sieht als die anderen männer und das war mir im moment so furchtbar bitter daß ich nahezu wieder grob geworden wäre aber ich beherrschte mich und er versprach mir mich bald wieder zu besuchen als er ging betrachtete er die bücher auf meinem schreibtisch und wunderte sich daß dort werke von storm und fontane und keller lagen lesen sie die oder ist das nur dekor sagte er ich lese sie sagte ich sind ihnen die nicht zu langweilig finden sie nicht mehr geschmack an spannenden romanen romane habe ich selbst genug sagte ich er schüttelte den kopf und sagte dass sie kein alltägliches mädchen sind habe ich gleich gemerkt aber ich glaube in ihnen steckt noch mehr als man vermutet ach quatsch sagte ich und dann ging er nachher überlegte ich mir das mit den ach es wäre ja zu herrlich aber es geht nicht ich komme damit nicht aus zumal nicht wo ich kasimir jetzt auf dem halse hab denn wo ich ihn einmal hier herübergelotst hab ist es nicht mehr als anständig daß ich auch für ihn sorge denn daß er sich selbst ernähren kann ist tatsächlich ausgeschlossen das scheußlichste ist daß er in letzter zeit anfängt sich zu besaufen zum glück ist er in besoffenem zustand nicht rabiat sondern schlack wie ein nasses tuch neulich bremste ich ihm ein paar gehörige ohrfeigen an den kopf als er mir so nach haus kam da fing er an zu flennen wie ein kleines kind mir wurde ordentlich übel so ekelte ich mich aber ich mußte auch wieder lachen ich halte ihn knapp genug mit taschengeld aber wenn ich ihm eine mark und fünfzig abends für essen und bier gebe ist er womöglich nichts und versauft alles richtig gesund ist er auch nicht dem großen körper fehlt die entsprechende kraft er hat nur knochen und fett kein fleisch keine muskeln der doktor will mich in nauheim besuchen worauf ich mich sehr freue nächste woche reise ich ich liebe den doktor ich sehne mich nach ihm ich finde eine innere befriedigung darin ihn wahnsinnig zu küssen ich möchte ihm ganz allein angehören ich könnte alles für ihn tun ich wünschte dass er meine liebe erwidert aber er tut es nicht das einzige was mich darüber tröstet dass er mir offenbar ein nicht unerhebliches interesse entgegenbringt zuweilen ist mir als ob er mitleid mit mir hätte seine stimme klingt oft so weich und seine liebkosungen sind so sanft und zart es war hübsch in nauheim obgleich der doktor sein versprechen nicht gehalten hat sondern mit seiner familie nach zoppott gereist ist die bäder haben mir sehr gut getan und ich wäre gern noch länger dageblieben aber das geld ging mir aus es läppert sich an solchem ort höllisch zusammen ich habe mich sehr erholt und freute mich in meiner wohnung einen großen strauß rosen vom doktor als willkommen gruß vorzufinden aber das dicke ende kam nach der kasimir ist mir in den wochen total verludert hat sich wie mir meine wirtin erzählte jede nacht außer dem hause mit frauenzimmern herumgetrieben und hat tagsüber besoffen zu bett gelegen gott ist das ein mensch eigentlich nur ein stück vieh hat sich der karl da so eine sechser kalle aus der chausseestraße zugelegt ich fahr montag hin um sie aufzusuchen sie soll ihn nur ganz als louis nehmen ich bin ja froh wenn ich ihn quitt bin leider traf ich sie nicht an sie war vor ein paar tagen verschütt gegangen und im weibergefängnis x bei der wirtin in der küche saßen zwei armselige geschöpfe die am morgen aus dem frauengefängnis entlassen waren und die klagten doch so gotteserbärmlich wie schlecht sie es gehabt hätten die aufseherin soll sie nie anders als schwein und hure und so weiter angeredet haben die eine hatte ein lager gehabt das von einer vorgängerin in unglaublichem zustand verlassen war und auf dem sie so liegen musste und hungern hätten sie auch müssen ich muss ja sagen mir klang das ganze ein bisschen dick aufgeschmiert ich kann mir nicht denken dass in solcher anstalt wo doch hilfskräfte genug zur verfügung stehen eine derartige schweinerei haschen kann aber was den hunger anbelangt so illustrierte die gier mit der sie in die trockenen schrippen einhieben ihre klage sie taten mir so leid dass ich jeder von ihnen drei mark schenkte obgleich ich momentan auch abgebrannt und noch für 14 tage miete schuldig bin mein großes zimmer war ja in der zeit wo ich weg war vermietet als ich wieder kam hat die wirtin der anderen aber gleich gekündigt und mich wieder reingenommen ich bin nur immer bange dass der kasi mir auch mal eine dummheit macht und sich zu etwas verleiten lässt was ihm ein paar wochen dunkelkammer einbringt für geld kann man in der welt alles haben ich muss mich jetzt sachte dran halten um wieder zu geld zu kommen es ist grässlich der doktor gab mir gestern 100 mark aber das schlägt ja nicht viel an 18. september 1894 gestern war ich mit dem doktor in der ausstellung wir fuhren mit einer droschke hinaus und wanderten durch die säle ich sehe gern schöne gemälde überhaupt alles was schön ist besonders gefiel mir ein bild ein kornfeld mit sehr viel überwucherndem mohn so dass man eigentlich nur das grelle rot der fackeln sieht und das gold der ähren darunter verschwindet das soll wohl eine allegorische darstellung sein sagte ich wieso sagte der doktor und rückte seinen kneifer etwas höher ich meine der künstler will damit andeuten dass der mond des vergessens am besten über das brot des furchtbar nüchternen und schwerfälligen lebens hinausflammen und es mit seinem brennenden rot gleichsam bengalisch beleuchten soll sagte ich mohn ist alles hier illusion da vergessen betäubung manchmal ist das opium des mohns den der wind särt und den niemand hegt unentbehrlicher als das nahrhafte brot aus der ackerfrucht des sorglichen landmanns er antwortete nicht nachher saßen wir oben auf der terrasse und speisten zu nacht auf einmal legte der doktor messer und gabel hin und sah mich an sagen sie mal thymian sie haben einst bessere tage gesehen sie sind aus anständiger familie sie haben eine gute schulbildung genossen sie haben ungewöhnliche kenntnisse wie kam sie in dieses leben unsinn sagte ich mein vater war portier und meine mutter waschfrau und ich sollte dienen aber da mir das leben als markt nicht gefiel und ich keine große dame werden konnte wählte ich die mittelstraße und ernähre mich schlecht und recht als halbweltdame nein sagt er bestimmt das ist nicht wahr ich will mich nicht in ihr vertrauen drängen denn sie werden wohl grund haben über ihre vergangenheit zu schweigen aber ein proletarierkind sind sie nicht darauf will ich gift nehmen schon ihr äußeres spricht dagegen sie sind eine rassige schönheit wie man sie in ganz niederen lebenssphären selten fast nie findet sie haben geist und gemüt und kenntnisse genug dass beide sich nicht brach verstecken sondern immer wieder wie aus den facetten eines kunstgerecht geschliffenen edelsteins farben funkelnd hervorbrechen ich will sie nicht mit meiner neugierde belästigen ich bin nicht neugierig aber sie interessieren mich in meiner eigenschaft als arzt und mensch ich verstehe nicht wie man mit geistes und herzensgaben wie sie sie unzweifelhaft besitzen und mit so scharfen intellektuellen augen in die sackgasse des tiefsten moralischen jammers geraten und darin verharren kann das ist mir ein psychologisches rätsel das ich gelöst haben möchte so sprach er ich aber antwortete nicht gleich ich sah in den roten wein der im glase schimmerte und sah über die menschen hin die unten im schein des elektrischen lichts an den tischen saßen und ihr abendbrot verzierten es war ein warmer abend und der garten noch ziemlich besetzt die stadtbahnzüge rasselten vorüber es sah malerisch aus wie lange ketten kleiner glühwürmchen mit den erleuchteten fenstern die musik spielte stell auf den tisch die duftenden reseden die letzten roten astern hohl herbei ich weiß nicht wie mir war meine augen wurden schwer und dunkel ich fühlte den blick des doktors auf mir ruhen und sah immer starr vor mich nieder in den roten wein es war wohl die alte geschichte sagte er leise eine unglückliche liebe nicht wahr und dann immer einen schritt weiter und tiefer hinein bis der fuß stecken blieb im sumpf und nicht wieder raus konnte ich schüttelte den kopf es rann mir eiskalt über den rücken und mein herz klopfte langsam und schwer wie ein eisenhammer ich habe früher nie einen mann wahrhaft geliebt sagte ich sie liebe ich doktor ja ich liebe sie und weiter konnte ich nicht sprechen ich stürzte den kopf in die hand und preßte das taschentuch an die augen und sagte ihm daß ich ihm später mal alles erzählen werde und der doktor schwieg und inzwischen hatte der kellner sekt gebracht und wie ich das glas zum munde führte fiel eine träne hinein die habe ich mitgetrunken wir kamen nicht mehr in stimmung und um neun gingen wir fuhren in einer droschke zum tiergarten und stiegen da ab und gingen in den dunklen wegen spazieren auf einmal legte der doktor seinen arm um meine taille und sagte leise war das ernst vorhin thymian bin ich ihnen wirklich um meiner persönlichkeit willen teuer oder war das nur so oben hingesprochen ich liebe sie sagte ich und mir kamen wieder tränen in die augen ich habe sie gleich geliebt ich möchte ihnen angehören und nur ihnen mein herz und meine sinne drängen zu ihnen ich weiß nichts was ich für sie nicht tun könnte ich kann von allen geld annehmen aber von ihnen kostet es mich überwindung weil das geld so schmutzig ist und meine liebe zu ihnen so rein ist aber kind das ist ja tragisch sagte er weich wenn ich zwanzig jahre jünger und frei wäre würde ich mir mühe geben sie wieder zu lieben und vielleicht würden wir zwei auch glücklich zusammen werden aber so müssen sie sich das aus dem kopf schlagen ich möchte ihnen ein freund sein zu dem sie vertrauen haben wollen sie mir nicht ein bißchen von ihrer vergangenheit erzählen ich nickte und während wir arm in arm weitergingen sagte ich ihm alles und obgleich er anfangs nicht sprach merkte ich doch daß es ihn ergriff dann drückte er meinen arm etwas fester und sagte plötzlich thymian liebe thymian wollen wir es nicht doch noch mal versuchen auf ebene bahn zu kommen wenn ich ihnen als freund meine hand biete wollen sie nicht den harrasprung ans feste land einer ehrlichen und achtbaren existenz wagen ach wie gerne sagte ich gut wir werden sehen wenn sie den ernsten willen haben wird es sich machen lassen wir reden noch darüber aber sie müssen wollen sie müssen die hypnose in der sie gegenwärtig befangen sind mit einem ruck abschütteln und wach werden wie gern sagte ich und es wurde mir ganz fröhlich und leicht ums herz wie ich nachher im bett lag dehnte ich nach langer zeit zum ersten mal wieder so recht wohlig meine glieder in den kissen und mir wurde wieder ähnlich wie damals in ostende so als ob eine reine warme welle über meine seele gerieselt sei und die schmutzkruste davon gelöst und hinweggespült habe ganz selig schlief ich ein aber der neue tag brachte die neuen sorgen um die existenz und um die vielen dinge die das leben wie ein nimmersattes ungeheuer von seinen geschöpfen fordert gestern abend fand sich in der bar ein schrecklicher kerl zu mir drei centmer netto gewicht aber anscheinend schwer reich der mir 200 mark gab ich habe mindestens 25 glas sekt vorher getrunken so viel brauchte ich um den mond des vergessens auf mich einwirken zu lassen mein gott es ist furchtbar ich fühle der doktor hat recht in allem was er mir vorhielt ich ertrage das leben nicht mehr lange ich gehe nicht nur geistig sondern auch physisch zugrunde und es nimmt eines tages ein ende mit schrecken mit mir ende von abschnitt 19 der doktor ließ sich vier wochen lang nicht bei mir sehen seine zweitälteste tochter war sehr krank und darüber hatte er alles und auch mich vergessen im vorigen monat hatte ich ein heiteres erlebnis wir hatten uns in einem lokal zu sechsen zusammengefunden der schache friedrich und ein anderer seiner sorte den sie seiner haare wegen den roten schosch nennen und vier damen und da der rote schosch viel geld hatte gott weiß woher lud er uns zu einem bummel auf seine kosten ein und haben wir bei dressel gegessen und sind nach elf in ein café in der friedrichstraße und wie wir da sitzen kommt eine frau herein und zieht sich verlegen nach allen seiten um und drückt sich zwischen den tischen hindurch und ich sehe mir die person an und denk die mußt du doch kennen sie sah so komisch aus ein billiges jakett voriger herbstmode und dazu einen knallroten hut der auf den glattgescheitelten haaren durchaus nicht sitzen will und hin und her wackelt wie ein lämmerschwanz und im ganzen überhaupt so so auffallend und ohne schick alles nach kleinstädtischer devise hübsch billig und geschmacklos mit einemmal fällt's mir ein das ist doch die verheiratete älteste tochter von frau stadtrat lüttke aus g eine frau christiansen und ihr mann ist viehkommissionär und ist oft in berlin und wie sie nun endlich an einem tisch allein platz genommen hat kommt der kellner und sagt ihr was ich hier auch hätte verraten können daß nach elf uhr an damen ohne begleitung nichts verabreicht wird und sie natürlich aufgestanden und hochrot und man sieht's ihr an daß sie unter den vielen neugierigen lächelnden blicken am liebsten vor scham in die erde gesunken wäre da spürte ich dann doch ein menschliches rühren stand auf und ging zu ihr und forderte sie auf an unserem tische platz zu nehmen sie kennen mich nicht frau christiansen eine landsmännin thymian gotteball aus g ah fräulein gotteball sagte sie erleichtert und kommt mit mir und ich stellte natürlich großartig vor dr juris fernrohr herr ingenieur schultze natürlich keine trippel frau so und so fräulein so und so und sie sah sich die eleganten herren mit den lackstiefeln und zylindern und die noch eleganteren damen der reihe nach an und ihre augen wurden immer größer und runder und wie sie mich betrachtete die brillanten an meinen fingern und armen sah verdummte ihre mine vollends in g sagen sie es ginge ihnen nicht gut aber ich sehe daß das alles klatscherei ist platzte sie heraus wie sie sehen geht es mir brillant sagte ich lachend wir unterhielten uns gut es machte mir spaß die lady patroness der kleinen ehrbaren bürgerfrau aus g zu spielen ich hatte sie auch bald im fahrwasser nach vater fragte ich sie natürlich nicht aber sonst bekam ich allen tratsch und klatsch im nest zu wissen friedrich machte ihr den hof nach noten und schwelgte in gnädigen betitelungen in allen steigerungen bis zum superlativ gnädige frau gnädigste allergnädigste sie lächelte geschmeichelt wurde aber unruhig als ihr mann mit dem sie sich nach dem theater um elf hier treffen wollte um zwölf noch nicht da war der war wohl auf abwege geraten wenn diese hinterwäldler nach berlin kommen sind sie ja wie losgelassen um halb ein stand sie auf wir natürlich mit und friedrich erbot sich die gnädige frau in ihr hotel zu bringen ganz stolz zog sie am arm des eleganten herrn ab nach die wird was erzählen zu hause in meinem leben wird nun bald eine große veränderung eintreten ich kann dies leben nicht mehr aushalten ich kann nicht in vielen schlaflosen nächten habe ich mich im bett umher geworfen und gesonnen und gesonnen was zu machen ist und hab's dann endlich heraus ich mach's wie die menge und heirate den casimir und gründe mir eine feine fremdenpension hoch anständig und mache schluß mit allem hab's mit dem doktor überlegt und der billigt meinen schluß nur der heirat mit casimir stand er erst skeptisch gegenüber aber wie ich es ihm vorstellte daß meine stellung als frau doch eine viel gefestigteres sei und ich osdorff ohnehin auf dem hals habe stimmte er doch zuletzt zu und wir kamen überein daß ich mir eine große wohnung im besten miete und von markiewitsch auf abzahlung oder in miete elegant einrichten lasse für die wohnungsmiete will der doktor aufkommen ich verkaufe meine brillanten und wirtsachen und habe dann einen kleinen fonds zum anfang mit osdorff hatte ich allerdings erst einen fürchterlichen kampf wie ich es ihm sagte daß wir heiraten sagte er erst schlankweg nein das täte er nicht auf keinen fall ich war total perplex meine natürlich er kriegt einen zittenrappel und frage ihn spöttisch worin der soziale unterschied zwischen einem zuhälter und einer dirne besteht das versteht er natürlich wieder nicht und dann geht mir die ganze illumination auf der herr graf mit den zwei effen kann doch keine simple gotteball heiraten zuerst war es mir so lächerlich daß ich's in scherzhafte zog aber nachher merkte ich daß es ihm todernst damit ist und da wurde ich natürlich auch gallig und sagte ihm für zwei sechser meine meinung so n lumpenhund so n schweinecker läßt sich von mir aus der hand füttern und unterhalten verfrißt und versauft mein geld und ist mir noch nicht so viel nutz wie ein großer bernhardiner auf dessen treue und anhänglichkeit man sich allenfalls doch verlassen kann ist faul und blöde wie ein krokodil und so n lump und tagedieb so n großer parasit will noch den adeligen herauskehren und hält sich zu gut für unser eins ich war so wütend daß ich ihm die gabel aus der hand riß wir saßen beim abendessen und ihn beim kanthaken nahm und ihn rausschmiß und rief er solle sich zu seinen blauen verwandten in der bärenstraße scheren und sich von denen füttern lassen und sich mir nicht mehr vor augen sehen lassen und schloß die tür hinter ihm zu und er schimpfte die treppe hinunter er tut's und tut's nicht nachher gab ich der wirthin weisung ihn auf keinen fall in seine kammer zu lassen da ich ihn rausgeschmissen hätte sie meinte ich hätte klug getan und jeder vernünftige mensch wundere sich daß ich das ekel überhaupt so lange behalten hätte spät in der nacht kam er besoffen heim und brüllte wie ein löwe als er seine kammer verschlossen fand aber ich ließ ihn toben und endlich wurde er still um sechse früh sah ich hinaus da lag der kerl bis aufs hemd entkleidet langweg auf der treppe und schnarchte ich goss ihm eine waschkanne wasser über den kopf und schickte ihn ins bett gab ihm aber den ganzen tag nichts zu essen am abend war er schon mürbe tat abbitte und erklärte sich mit allem einverstanden ich gab ihm 40 pfennig zum abendessen im strammen hund und hielt ihn noch ein paar tage flau hin nachher bettelte er selbst um die heirat da sind wir denn aufs standesamt gegangen und im januar heiraten wir gestern war der doktor wieder da wir haben alles besprochen und sind auf der wohnungssuche in der schellingstraße ist eine schöne etage von zehn zimmern für dreitausend mark zu haben wahrscheinlich nehmen wir die der doktor sagt er freut sich auch wenn ich erst ein eigenes heim habe um öfters ein paar abendstunden mit mir verplaudern zu können wenn wir ganz allein sind nenne ich ihn julius ich liebe ihn so ich wollte ich könnte seine frau werden was für'n einfall die sterne die begehrt man nicht gräfin thymian ostdorf wie gefällt dir das sagte ich heute morgen dem doktor als ich den neuen einfach vornehmen morgenrock mit langer schleppe vom spiegel anprobierte sehr gut und entsprechend sagte er lächelnd es dürfte auch fürstin sein jedenfalls würde es niemand schwer fallen dir die durchlaucht zu geben eine nette durchlaucht sagte ich wir mussten beide lachen natürlich denke ich nicht daran den titel zu führen sogar die berühmten zwei effen hab ich mir geschenkt und nenne mich einfach frau thymian ostdorf wir annoncieren in vielen zeitungen und ich habe auch schon vier zimmer besetzt aber es muß natürlich noch besser kommen wenn die geschichte gehen und sich rentieren soll vorläufig bezahlt der doktor noch die miete aber ich wollte doch so gern dass ich später alles allein machen könnte es kostet ja alles so viel die hohe möbelmiete und das personal eine köchin und ein zimmermädchen ich wollte gern mit der köchin auskommen aber es ging nicht die herrschaften verlangen zu viel bedienung ich komme mir wie erlöst vor eine große ruhe und seelische abspannung ist über mich gekommen ich bin manchmal ordentlich fröhlich und singe vor mich hin was ich seit meinen kinderjahren nicht mehr getan habe auf meinem grab draußen blühen jetzt die schneeglöckchen ich gehe manchmal hin die pianofabrikantin kommt auch noch immer und bettelt mich ordentlich sie doch mal zu besuchen ich scheine ihr zu gefallen werde auch nächstens mal hingehen es ist ein so seliges gefühl so sich endlich mal wieder als mensch fühlen und geben zu können meine einzige sorge ist casimir daß er aus der rolle fällt ich habe mir ihn tüchtig vorgenommen und ihm eindringlich vorgehalten daß wir mit unserer heirat und umsiedelung in ein neues leben treten und daß er gar nichts zu tun braucht weil ich nichts von ihm verlange als daß er sich ordentlich hält sich nicht betrinkt und vor allem streng von den elementen mit denen wir früher in berührung kamen vernhält er darf ja nachmittags oder abends in einem anständigen lokal seinen schoppen trinken kann ins theater gehen kann machen was er will nur nicht wieder mit den zuhältern verkehren ich habe auch an sein standesbewusstsein appelliert und ihm gesagt daß er sich nun nicht mehr ängstlich vor seinen verwandten zu verkriechen und immer auf der flucht vor ihnen zu sein braucht wir sind jetzt ordentliche leute verdienen unser brot auf anständige weise und haben keinen grund mehr uns vor irgendjemand zu ducken es wäre so gut wenn casimir irgendeine regelrechte beschäftigung hätte ich weiß nur gar nicht was ich mit ihm anfange so treibt er sich den lieben langen tag so herum schläft bis elf frühstückt im bett zieht sich zwei stunden an putzt eine stunde an seinen nägeln herum ist geht spazieren regelt sich auf dem divan herum und das einzige was ich von ihm habe ist daß er mich frisiert das macht er sehr geschickt und hat auch viel geschmack ich bin immer in ängsten daß er einem athleten in die arme rennt und unsere wohnung verrät und daß wir dann die gesellschaft auf die tür kriegen dann wäre es aus mit uns juni der doktor las gestern in meinem tagebuch und meinte ich hätte entschieden schriftstellerisches talent es läse sich alles so glatt und hübsch mein gott ja ich habe mich so daran gewöhnt meine erlebnisse gleichsam zu registrieren daß es mir freude macht wenn ich was besonderes habe was ich eintragen kann ich wünschte nur ich hätte mal etwas recht gutes aufzunotieren augenblicklich geht das geschäft ja die zimmer sind bis auf eins besetzt aber am nächsten ersten wird fast alles leer da die leute fast alle fortgehen ich kann natürlich nicht weg wenn auch nur ein zimmer ein paar monate leer steht macht das gleich einen erheblichen ausfall ich fahre öfters nach schlachtensee zu frau x die ich auf dem friedhof kennenlande sie hat eine kleine villa die arme frau ist sehr einsam und freut sich wenn ich komme ich ginge gern noch öfter hin aber ich fühle mich doch immer ein bißchen geniert woran das liegt weiß ich nicht es ist so ein eigenes gefühl wenn man denkt diese ehrsame spießbürgerswitwe würde dich herausschmeißen und ihr haus ausräuchern wenn sie eine ahnung hätte wen sie sich eingeladen hat sie schenkt mir ein großes wohlwollen und ich glaube ich könnte sie getrost anpumpen sie tät mir auf mein ehrliches gesicht geben was ich verlangte was ich aber natürlich nie tun würde ich hab augenblicklich ein nettes russisches ehepaar hier dann einen spanier und einen franzosen und ein geschwisterpaar aus magdeburg und eine dänen also eine ganz internationale gesellschaft mittags essen sie alle und abends teilweise bei mir ich muß den dolmetscher spielen was manchmal sehr erheiternd ist sie fühlen sich alle wohl bei mir und verehren mich sehr und ich bin überzeugt daß keiner und keine es glauben würde wenn man ihnen erzählte was ich vorher war dagegen schütteln sie oft den kopf über kasimir und einer der herren sagte mir neulich geradezu sie begriffen es alle nicht wie eine so kluge frau wie ich zu dem mann gekommen sei ja wenn sie wüssten ich habe so sorge wegen der zimmer daß ich sie zum ersten vermietet krieg september ein einsamer abend ich will schreiben o gott o gott sind das sorgen am fünfzehnten muß ich die möbelmiete zahlen und hab noch keinen pfennig dazu der doktor ist mit seiner familie an der see schreiben darf ich ihm nicht mag ihn auch nicht belästigen da er mir ohnehin mehr gibt als er eigentlich kann ich habe nur vier zimmer besetzt und die lehrerin für achtzig mark monatlich aufgenommen wobei ich geld zusetzte wenn nicht eine große reihe pensionäre da sind und sie sich so mit durch ist die täglichen ausgaben und der dienstbotenlohn und gasrechnung und alles andere ich weiß nicht wo mir der kopf steht und ich glaube auch nicht daß ich die sache dauernd halten kann dabei ist mir auch noch ein ehepaar das hier zwei monate wohnte und eine gehörige zeche anband durchgegangen und hatten noch 317 mark und 80 pfennige zu bezahlen die pension würde sich eher rentieren wenn ich einen tüchtigen intelligenten mann zur seite hätte kasimir verstumpft und verblödet deucht mir von tag zu tag mehr neulich war er krank der doktor sagt er hat einen schweren herzklappenfehler vielleicht wird er bald sterben wir wollen's nicht hoffen aber gott gäbs ich weiß wirklich nicht wozu so ein mensch hier herumläuft manchmal bekommt er den einfall und will nichts anziehen dann zieht er sich splinternackend aus und ist weder mit güte noch mit gewalt zu bewegen ein kleidungsstück anzuziehen dann muß ich ihn einschließen sonst wär's natürlich gleich alle mit uns er fängt übrigens an manchmal eklig und unbequem zu werden wenn ich ihm nicht taschengeld genug geb borgt er auf meinen namen und neulich hat er heimlich löffel versetzen wollen hat aber natürlich nichts drauf gekriegt weil es nur alpaksilber ist wenn ich ihn zur rede stelle wird er großschnauzig und frech ach ja man hat seine not ich habe sehnsucht nach meinem doktor wenn er erst wieder da ist werde ich wieder mut und hoffnungsfreude und selbstvertrauen haben so ist alles dunkel und schwermütig und verzagt in mir ende von abschnitt 20